Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Und wir sind zurück. Also für euch waren es jetzt vielleicht doch ein paar Tage, aber die Schlogger, hallo Schlogger. Hallo. Der Max, hallo Max. Hallo Schlogger. Und ich, hallo Stu. Für uns sind nur ein paar Minuten vergangen, denn wir sind hier bei unserem Spoiler-Interpretationscast zu Bo is Afraid, der seit dem 11. Mai in den deutschen Kinos läuft. Wir haben diesen Film schon sehen können und wenn ihr wissen wollt, wie wir ihn fanden, dann kann ich euch jetzt so viel sagen, wie alle drei fanden ihn ganz ausgezeichnet. Mehr dazu in unserer Kritik beim Tele-Stammtisch. Die könnt ihr auf www.tele-Stammtisch.de hören oder auf Spotify oder YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt. Wie gesagt, das hier ist ein Interpretationscast. Bis hierhin habe ich geplant. Ansonsten steht hier nur auf meiner Liste Anmoderation, Interpretation, Abmoderation. Ich mache also einen Haken bei Anmoderation und jetzt ist die Interpretation dran. Und wer von euch beiden hat denn eine Idee, wie wir hier am besten anfangen? Also wir können ja mal überlegen. Dieser Podcast ist ja eindeutig nur für Leute, die Bo is Afraid schon gesehen haben. Müssen wir dann den Film nochmal kurz zusammenfassen oder nicht? Also ich würde fast sagen, nein. Man sollte es den Leuten, die sich wagen, diesen Podcast zu hören, ohne den Film zu gucken, den müssen wir jetzt so schwer wie möglich machen. Okay, das passt ja. Da müssen wir uns nicht anstrengen, weil allein wenn wir den Film beschreiben, ist es schon so schwer wie möglich gemacht. Also nochmal letzte Warnung, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, hier wird total, wir werden uns zu Todes spoilern und alles haarklein auseinander kauen, zerreißen, an was wir uns noch überhaupt erinnern können. Und übrigens, wenn der Film dann auf DVD raus ist, werden wir auch nochmal einen Audiokommentar dazu machen, um das Triple voll zu machen. Tatsächlich, ich hatte echt gestern auch schon vor, euch das vorzuschlagen, dass das vielleicht unter Umständen gar nicht so verkehrt wäre. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, bei dem Film bietet es sich an, dass man eben über die Dinge redet, während sie passieren. Weil wir alle drei merken gerade, es ist so viel, was in diesem Film passiert. Wie ordnet man das? Können wir ja vorne mal anfangen. Der Film fängt an mit Rot. Na, gibt Wurt. Genau, man weiß aber am Anfang nicht, man kennt ja Ari Aster, man weiß, der macht Horrorfilme, der Film fängt an mit, ich muss ja gleich nochmal hier erwähnen, wer den anderen Podcast nicht gehört hat, ich bin kein großer Fan von Horrorfilmen. Ich habe sehr viel Schiss, ich hatte auch bei Bo is Afraid, war ich auch afraid und hatte Angst, was mich da erwartet, wollte aber unbedingt. Ich wusste, es wird ein geiler Film, habe ich gehofft zumindest und musste diesen Film sehen. Und es fing schon an mit, es ist rot und düster, wir hören Leute, wir hören jemanden schreien. Da dachte ich auch nur, oh mein Gott, wo bin ich hier? Das wird ganz schrecklich für mich. Als ich dann erst nach ein paar Sekunden gecheckt habe, Moment, das ist wahrscheinlich eine Geburt, die hier gerade stattfindet. Das war ich nämlich gar nicht so eindeutig am Anfang. Ging es euch da auch so, dass, also ich dachte, es flackert ja da ein bisschen Licht, ne? Du hast eine schwarze, erstmal schwarzen Bildschirm, dann hörst du dieses etwas verschwommene Kauderwelsch im Hintergrund und dann siehst du so, das sah ein bisschen aus wie so Explosionen im Nebel, finde ich. Ja, so sieht es aus, wenn du aus der Vagina deiner Mutter rausrutschst, weißt du das nicht mehr? Ich hatte, ich war Kaiserschnitt, tatsächlich. Nee, ich war clever als Baby, ich habe davon ein Video gemacht. Ich habe die Augen zugemacht, aber ich habe ein Video von meiner ersten Darmspiegelung daheim. Okay, das sehen wir dann in dem Film Rausche als Afraid, der dann irgendwann nächstes Jahr in die Kinos kommt, aber nicht bei Bo's Afraid. Ich fand den Anfang toll, also zum einen gefiel mir die Idee, einfach zu zeigen, wie diese Geburt von Statten geht aus der Sicht des Babys und vor allem finde ich, dass das Opening schon eine Sache relativ klar macht und zwar, wir sehen den Film halt aus seiner Perspektive, aus der Perspektive von Bo. Wow, weil bis auf diesen letzten Schlag auf den Hintern, weil er atmet ja nicht, ist ja alles aus der, ich sag mal, aus der Ich-Perspektive gedreht und was auch schon dort klar wird, und das wird aber einem erst bewusst, wenn der Film zu Ende ist, dass die Mutter ja schon Vorwürfe macht und zwar nicht ihm, sondern den Ärzten. Ja, das Kind schreit nicht, also sagt sie dann sowas so, sie haben es fallen gelassen, kümmern sie sich nicht richtig darum und natürlich kann man das nachvollziehen, ich meine, ich bin keine Mutter, ich werde es auch nie sein, aber irgendwie rückblickend dachte ich mir, vielleicht wollte der Ari Aster da schon irgendwie zeigen, was für eine Art Mensch diese Mutter ist, vielleicht überinterpretiere ich auch nur. Weil ich sagen muss, tatsächlich, also eine Frau, die gerade so ein bisschen Geburts, ein paar leichte Geburtsschmerzen. Die soll zwar nicht so anstellen, also wirklich. Die ist ja sicherlich komplett bei geistigen Kräften. Ja, also da spreche ich ja aus Erfahrung, ich hatte schon zwei Geburten und also ich weiß nicht, warum alle so übertreiben, also da tut es mehr, weil sich ein Zeh anzustoßen. Ja, einmal ploppt, dann ist es draußen. Ich verstehe das schon, aber gerade so, wie die Mutter halt eben im Verlauf des Filmes gezeigt wird, vor allem halt gegen Ende des Films, das wirkte fast schon auf mich wie so eine Art mütterliche Klammer. Also es ist zumindest nicht diese Hollywood-Geburt, die man ja oft kennt von wegen Kindes draußen, Mutter ist dann entkräftet, Papa ist, es gibt ja gar keinen Papa, das kommt ja dann auch mit dazu. Ne, das ist eine sehr klinische, verschwommene Darstellung aus der Sicht des Säuglings, jäh unterbrochen von der Title Card. Und dann? Ja, aber ich musste da zum ersten Mal lachen. Ich fand diesen Schnitt, weil diese Panik, sie wird immer mehr und immer mehr, er atmet nicht, was soll man tun, was soll man tun und dann siehst du einfach nur wie so eine Hand und dann so auf den Hintern haut, so zack und dann kommt die Title Card. Habe ich geschmunzelt, fand ich, war die erste für mich gelugende Gag in dem Film. Ja, und ich muss auf jeden Fall, was du gesagt hast, ich finde auch, hier wird schon das Mutterthema angedeutet, erstmal, dass sie irgendjemandem was vorwirft, was vielleicht gar nicht stimmt und aber auch diese Überprojekt, Protektionismus, der später noch kommen wird. Ich finde es auch toll, dass wir über die ersten paar Sekunden des Films jetzt schon so lange reden und es sind dann noch weitere drei Stunden, die jetzt kommen werden. Wir sehen uns bis in sechs Stunden, hier werden wir das besprechen. Tatsächlich, ich glaube, das war die erste Minute des Films. Okay, wir haben die Title Card, wo sind wir dann danach? Bei Stephen McKinley Henderson im Therapiebüro. Darf ich noch eine kleine Sache sagen? Ja, bitte. Es tut mir leid, aber das sind so Sachen, die mich faszinieren und zwar, der Film hat ja im Marketing eine sehr klare Schriftart gefunden, auch auf den Postern und es verblüffte mich dann, diese Schriftart zu sehen, wie er jetzt im Film dargestellt wird. Wie so auf so einem Football-Trikot aus den 80ern. Ja, so ein bisschen. Also es wirkte so ein bisschen auch seltsam und ich werde dieses Wort seltsam inflationär oft benutzen in dieser Besprechung. Ja, also es war ein Stilbruch. Ja. Aber gut. Stephen McKinley, wie hieß der? Henderson, glaube ich. Ey, ganz ehrlich, der Mann ist toll. Ich habe den in Dune schon toll gefunden, der hat so ganz viele kleine Aufschwerte. Der sieht aber auch eigen aus, muss man sagen. Also der ist halt der rundeste Schauspieler Hollywoods. Den, glaube ich, wenn du dir runterrollst in einem Berg, der rollt ewig weiter. Ganz ehrlich. Weil der ist aufgebläht und der ist prall. Der ist richtig prall. Versteht das nicht als Bodyshaming. Ich bin ja auch so einer und ich war mal so einer. Ich finde, das ist so eine kinetische Mischung oder eine Mixtur aus Gottfried Fischer und Dancer Washington. Aber wirklich im positivsten Sinne. Wirklich im positivsten Sinne. Also ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und Punkt. Ja, ich auch. Okay, ich unterbreche das. Und zwar, was ist denn dieser Schauspieler? Er ist nämlich der Therapeut von Bo. Da sehen wir nämlich Bo, unseren Protagonisten, als erstes, wie er bei seinem Therapeuten sitzt und sich ein bisschen entlastet. Ja. Und auch da war schon wieder eine Szene drin oder ein Moment, die ich immer nur toll fand. Und zwar, wenn er zur Tür geht, die macht die Tür auf und du siehst dann da hinten an diesem Aquarium Bo stehen. Das war alleine von der Bildkomposition schon so toll auf der großen Leinwand. Ach, ein Fest. Und Bo ist auch die einzige Person, die heutzutage noch langärmliche Polohemden trägt. Wieso? Was ist daran schlimm? Nichts. Es ist nichts schlimm dran, aber es ist halt ein langärmliches Polohemden. Die kommen wieder? Die kommen anscheinend wieder, ja. Also zumindest da, wo er wohnt, in der Großstadt. Aber Bo sitzt halt dann auf dem Sofa und Therapie. Da wird dann auch das erste Mal gesagt, was Bo eigentlich vorhat, jetzt so in den nächsten 180 Minuten, nämlich zu seiner Mutter zu fahren. Die ruft auch prompt, auch während der Session, direkt an. Er geht auch nicht ran, der freche Sohn. Helikoptermutter? Fragezeichen. Aber das war auch wieder so eine amüsante Szene. Also wenn ich amüsant sage, meine ich nicht, dass ich da im Kino Sessel gelegen habe vor Lachen und Ratschläge gemacht habe, was ich so lustig fand. Aber alleine die Situation, sie reden über die Mutter, dann ruft die Mutter an und du siehst so seinen Blick wieder auf das Handy geht und du, ah, so dieses Unangenehme. Ich konnte das irgendwie schon nachvollziehen. Aber auch wie er das Gespräch begibt mit seinem Therapeuten, dass er ja davon redet, dass er, ich habe Mundwasser getrunken, ich habe es runtergeschluckt. Das kann Krebs verursachen, oder? Und der Therapeut so ganz liebenswert so, nein, von einem Mal. Und ich finde das rückblickend eine so tolle Szene, weil wir ja am Ende ein ganz anderes Verhältnis zum Therapeuten haben, genau wie Bo auch. Und da macht vieles auch wesentlich mehr Sinn. Es gibt zum Beispiel, wenn der Therapeut sich einfach eine Notiz macht, nämlich einfach aufschreibt, schuldig. Großartig. Ja, und wir sehen da auch schon direkt, dass Bo ein unsicherer Mensch ist, der da, das wird ja später auch noch ganz oft zum Thema werden, der dann nachfragt, kann ich davon sterben? Also Ängste und Unsicherheit. Todesangst können wir, also ich würde jetzt dann, wenn wir jetzt hier so einen Zettel hätten, würde ich jetzt mal Todesangst draufschreiben. Und das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema in diesem ganzen Film. Aber ich kann es halt auch verstehen, denn wir sind auch nicht am Ende dieser Szene, aber nach der Therapieszene sehen wir ja wirklich die Welt, in der Bo lebt. Und ich für meinen Teil finde ja, dass der Film, ich wiederhole mich, subjektiv gedreht wurde. Das heißt, wir sehen alles aus seiner Perspektive. Das heißt, in der, Anführungszeichen, Realität ist es so muss die ganz normale Großstadt, nämlich mal wo er wohnt und lebt. Ja, aber aus seiner Perspektive ist es halt Sodom und Gomorra. Und deswegen kann ich diese Todesfurcht schon irgendwie nachvollziehen. Ah, also du denkst, deine Theorie ist, es ist eigentlich eine ganz normale Stadt. Aber wenn er durchläuft, sehen wir Leute, die einem, die einem Mensch, der oben auf einem Haus steht und Suizid begehen möchte, dass die Leute sagen, ja, wir wollen, dass er runterspringt. Und wir sehen eine Mutter, die ihr Kind am Arm reißt und sagt, komm jetzt da weg. Wir sehen einfach Leichen, die überall rumliegen. Wir sehen, was sehen wir da noch? Wir sehen die ganzen Penner, die total abgedreht sind. Und dem Birthday-Step-Boy. Sehen wir den da schon? Ja, im Fernsehen, ja. Ja, erwähnt. Also ich möchte da nicht so viel jetzt preisgeben, aber ich hatte ja auch mal so Probleme mit Angststörungen. Und es war nicht so, dass ich dann gedacht habe, draußen ist die Hölle. Aber es war wirklich so, dass ich so Kleinigkeiten, die in meinem Kopf sich zu wuchtigen, katastrophalen Möglichkeiten entwickelt haben. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen, wenn er dann durch diese Stadt geht und dass irgendwie, was weiß ich, wirklich eine Mutter hat, die einfach nur ihrem wahrscheinlich gerade nervigen Kind, weil das Kind pubertär und in der Trotzphase ist, dass es so ein bisschen sich herzieht, dass es für ihn wirkt wie ein purer Albtraum. Weil diese Angststörung oder Angst an sich ist ja das Schlimme, dass du nicht mehr logisch denken kannst oder die Logik komplett ausgeschaltet ist. Du hast ja deine eigene Logik. Und diese komplette eigene Logik der Angst, sag ich mal, die verfolgt der Film ja konsequent. Also da ist die Geburtsszene noch die Szene, die, sag ich mal, noch vielleicht auch am ehesten in der Realität verortet ist. Alles andere ist aus meiner Perspektive, aus meinem Empfinden, wirklich eine Szenerie der Angst. Vor allem tief. Da liegt auch schon, keine Ahnung, dekadenlange Manipulation. Er fängt an mit, sie haben ihn auf den Kopf fallen lassen. Das hört der Säugling schon und denkt, ja klar, ich bin nicht ganz normal. Ich wurde auf den Kopf fallen gelassen, wenn ich hier jetzt nochmal eine Interpretation einfach reinschmeiße. Was natürlich Quatsch ist, das kann der Säugling nicht hören. Aber so fängt es in der Reise an. Ich finde es tatsächlich gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Okay, wir haben jetzt Bo, wir sehen ihn nach Hause rennen, weil er ganz dringend ins Haus rennen muss. Entschuldigung, ich muss mich unterbrechen. Wir haben eine wichtige Sache vergessen. Und zwar, dass der Therapeut ihm ein neues Medikament gibt. Und er gibt ihm etwas mit auf den Weg. Ein Ratschlag, der dazu führt, dass diese ganze, ich nenne es mal Katastrophe-Domino-Effekt vonstatten geht. Nämlich er sagt, nehmen Sie das Medikament mit Wasser ein. Wichtig, Wasser. Warte mal, ich schreibe jetzt kurz auf Neurosen-Fragezeit. Es kommt dann noch. Okay, er geht also mit diesen Tabletten nach Hause mit den Pillen, die hat er bekommen, nur mit Wasser. Er rennt nach Hause, war auch schon ziemlich witzig die Szene, weil irgendein volltätowierter Penner ihm wahrscheinlich immer zu Hause auflauert in seiner angstgefüllten Welt und muss schnell in sein Haus rennen, bevor der auch reinkommt. Ruft er dann seine Mutter nochmal an und sagt, hallo Mama, ich komme morgen. Nee, das kommt nicht. Da kommt erst die Nacht, die erste Nacht kommt dann, richtig? Da kommen dann die ganzen Zettel unter der Tür. Was er sich natürlich auch einbildet, nämlich Bo ist dann schlafensbereit. Jeder kennt das, der vielleicht sogar ein bisschen Reiseangst hat oder am nächsten Tag irgendwie ein Vorstellungsgespräch hat. Man schläft ja eh schlecht. Und in dieser Nacht, ja, der Nachbar, der schiebt ihm immer Zettel runter, jede Stunde. Und zwar erst noch höflich, dass Bo doch bitte seine Stereoanlage leiser schalten. Soll, obwohl er sie ja gar nicht anhat. Und der Nachbar wird dann immer aggressiver, bis es dann irgendwann mal um drei Uhr früh damit endet, dass sich der Nachbar selbst damit revanchiert und selbst aus seiner Wohnung laute Musik tönen lässt, die dann bis in den nächsten Tag hineingeht, wenn Bo wieder aufwacht. Nämlich zwei Stunden bevor sein Flug zu seiner Mutter geht. Genau, er hat sich die Finger in die Ohren gesteckt, damit er überhaupt schlafen kann. Und dadurch hat er natürlich auch den Wecker verpasst. Was macht er nun? Er ruft seine Mutter an erst mal. Mama, Mama, ich komme zu spät. Mutter schon voller Sorge. Wie viel Uhr ist es? Bist du schon unterwegs? Bist du schon am Flughafen? Nee, mir wurden die Schlüssel geklaut und so weiter und so fort. Das kommt noch gar nicht. Oder kommt es da schon? Das kommt noch nicht. Ich meine nicht. So, jetzt würfeln wir drauf. Genau, er ruft erst einmal so an und sie macht sich schon totale Sorge, warum er noch nicht auf dem Weg zum Flughafen ist. Sein Flug ginge ja in zwei Stunden. Wir lernen übrigens schon, wir werden während des Telefonats auch noch eine Figur kennen, die wir niemals sehen, aber die anscheinend wichtig ist, nämlich die Haushälterin nächstes Mal der Mutter. Martha. Martha, genau. Also wir sehen Martha später in Rückblenden ganz kurz, aber Martha ist glaube ich in Bows Leben eine wichtige Figur, die wir aber wie gesagt nie zu sehen, nie richtig zu sehen bekommen. Martha ist die Liebe eigentlich. Ja. Er liebt Martha. Und das war übrigens auch das erste Mal im Film, wo ich dachte, okay, seltsam, weil Bo lebt in einer, wie ich finde, relativ normalen Wohnung. Das ist, das sieht nicht besonders nach Reichtum aus, es sieht aber auch nicht nach. Minimalistisch. Genau, es ist minimalistisch, aber nicht mittellos. Und das Haus ist sehr abgefragt. Das stimmt. Allerdings, ich habe Freunde in Köln, da ist es ähnlich. Da sieht das Haus von außen aus wie ein Obdachlosenheim und dann gehst du rein in die Wohnung und es ist alles pico-pado. Egal. Okay, wohnlich ist aber auch anders, okay. Also sagen wir mal, bis zur inklusive Hausflur sieht es eher aus wie bei Jeffrey Dahmer. Ja, genau. Was ich mir aber dann, also wo man bei mir so ein bisschen so, hä, okay, das hätte ich nicht erwartet, ist halt eben, als dann diese Martha rangeht, ihre Haushälterin, weil dann dachte ich mir, okay, kommt Bo aus einer Familie, wo man sich eine Haushälterin leisten kann? Und das, ja, kommt er, aber dazu später mehr. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, aber was wichtig ist, er ruft nicht zuerst seine Mutter an. Er versucht tatsächlich zuerst seine Vermieterin anzurufen, die ihn aber komplett anscheinend verwechselt oder gar nicht mit ihm reden will. Eigentlich ignoriert. Und erst dann ruft er seine Mutter an. Ich glaube, das ist nämlich wichtig, weil wenn er sofort seine Mutter angerufen hätte, dann hätte man ganz einfach sagen können, okay, er versucht es ja gar nicht. Aber er versucht ja wirklich noch das Problem irgendwie zu lösen. Aber wir finden ja später raus, dass das Haus seiner Mutter gehört, beziehungsweise der Firma der Mutter. Es kann also sein, dass diese Vermieterin, dass die ihn nicht kennt, dass sie nicht wahrhaben will, dass er ein Mieter im Haus ist, dass das auch irgendwas bedeutet, was die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter noch irgendwie darstellen soll. Oder aber die Vermieterin weiß davon, dass er zu seiner Mutter fahren soll und versteht es so, dass er versucht, dieses Treffen zu vermeiden, indem er das erfindet mit dem Schlüssel. Genau, da kommen wir jetzt nämlich zu dem, was ich meinte. Diese zwei wichtigen Dinge in dem Anruf, die wir kennenlernen. Eigentlich einmal merken wir, dass Bo gerne noch Hilfe von seiner Mutter holt und vielleicht manchmal Probleme hat, sich im Leben zu entscheiden. Er fragt nicht Mama, was soll ich jetzt tun? Seine Mutter sagt, mach das Richtige. Und er sagt, ja, was ist denn das Richtige? Also wir merken, er braucht Hilfe beim Entscheiden. Und dann das, was du schon sagst. Die Mutter scheint ihm nicht so ganz abzunehmen, dass das wirklich passiert ist. Sie unterstellt ihm, dass er das erfindet, weil sie nicht zu ihm kommen will. Und da möchte ich jetzt reingrätschen, weil dieser Mechanismus, den Bo da an den Tag legt, beziehungsweise diese ganze Szene, schon auch ein bisschen sinnbildlich für den Mechanismus einer Angststörung schrägstrich Depression irgendwie steht, weil du ja selbst als ängstliche Person sehr viel mit dir zu kämpfen hast. Und dieser Egoismus, der nicht gewollt ist, also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, Victim-Shaming und Blaming, sondern ist halt einfach so. Und deswegen ist es ja auch psychisch unfit. Das, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Das tritt ja, das, also es ist ja wahrscheinlich auch schon des Öfteren passiert, dass er mehr oder weniger eine einfache Ausrede genutzt hat, um zu Hause zu bleiben oder um sich seinen Ängsten nicht zu stellen. Das macht man ja. Deswegen ist ja die Spirale der Angst, wie es so schön heißt. Du gehst ja deinen Ängsten aus dem Weg und dadurch werden sie schlimmer, weil du sie immer wieder vermeidest. Und dann irgendwann mal hast du halt einfach Angst davor, Angst zu haben. Und ja, an dem Punkt sind wir ja wahrscheinlich irgendwo. Aber er war ja auf jeden Fall, er sagt ja, er war vor ein paar Monaten bei seiner Mutter. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier jemanden sehen, der es immer wieder hinauszögert, sondern er war offensichtlich, er tut es auch manchmal. Und zu diesen Angststörungen, dieses Egoismus, dass man Probleme hat, überhaupt zu wissen, wie bin ich denn, wie sind Dinge, was ist denn richtig, was ist falsch, was du ja meintest, oder? Das passt ja auch zu dem ganzen Mutter-Sohn-Thema dazu. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf sprechen kommen sollen, was diese Beziehung da ausmacht. Wir werden uns da eh häppchenweise nähern müssen. Also dass er dieses psychische Unfit, das hat, das hat ja auch einen Grund, den wir im Film sehr lang und breit dargestellt, vor allem im hinteren Teil werden sollen. Also dann müssen wir jetzt praktisch darauf hinweisen, dass wir später nochmal drauf zurückkommen. Genau, in vier Stunden werden wir dann da sein, wahrscheinlich. Wunderbar. Aber jetzt gehen wir erstmal in den... Eine Frage hätte ich nochmal an euch, bevor wir zum Story gehen. Diese Situation mit dem Schlüssel, der ja dann weg ist, mit auch seinem Gepäck, das ja auch weg ist. Was glaubt ihr, ist passiert? Hat er es selbst einfach, hat er den Schlüssel selbst weggenommen? Oder wurde er wirklich beklaut? Ich hoffe, er wurde wirklich beklaut. Ich denke, er wollte. Er wollte zu seiner Mutter fahren. Aber muss nicht sein. Also ich habe das ja, ich habe ihm das abgenommen. Ich wollte für ihn sein. Aber wenn man es auch aus seiner Sicht sieht, dann kann es ja wirklich sein, dass er es weggemacht hat, aber sich einbildet, dass es jemand geklaut hat. Also da könnten wir jetzt in tausend Meter Ebenen reinspringen. Für mich war es am einfachsten, den Moment anzunehmen. Der wurde wirklich geklaut. Also sagen wir es mal so, ich will, ich will mich eigentlich weigern, in diesem Film Dinge auf diese, er hat sich das nur eingebildet, Schiene zu schieben. Sagen wir es mal so. Deswegen hätte ich es gern, dass es tatsächlich passiert. Ich glaube auch, dass irgendwas in der Art und Weise passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich irgend so ein Unbekannter die Sachen weggeklaut hat. Also von dem her, ich glaube, das steht eher sinnbildlich für irgendein Problem, dass er jetzt damit hat, so diesen letzten Schritt zu gehen. Glaube ich. Ja, tatsächlich, so habe ich es auch verstanden. Also ich könnte, also, dass irgendwas vorgefallen ist in der Realität, das ihn dann so aus dem Konzept gebracht hat, das für ihn gleichbedeutend ist, wie ich komme hier nicht weg, weil der Schüssel ist weg und mein Gepäck. Und ganz ehrlich, wenn die Mutter halt wirklich so reich ist, wie sie später im Verlauf gezeigt wird, was wir ja auch nicht wissen, vielleicht ist sie ja gar nicht wirklich so reich, wer weiß das schon, gäbe es ja auch keinen so großen Grund, weil hätte man sagen können, Mutter, ich komme trotzdem, aber Wohnung ist halt kacke, aber ist ja eh dein Haus, also was soll's. Ja, genau, aber das will er ja auch machen, aber da spricht ja nichts dagegen, oder? Es kommt nur jetzt ganz viel, was da leider noch davor passiert, was ist noch alles viel, also es wird ihm ja alles entrissen sozusagen. Es kommt ja, kommt jetzt schon, dass er die Pille nimmt, die neuen, die er bekommen hat? Ja, also, in meiner Erinnerung ist es jetzt so, dass er diesen Anruf von seiner Mutter bekommt, er merkt, dass seine Mutter sauer ist auf ihn, was ihn noch mehr in so eine Art Panik bringt, er nimmt dann die Pille, hat aber kein Wasser zu Hause und muss sich das dann vom, ein Euroshop gegenüber holen. Und das ist sehr, das war eine sehr witzige, also da musste ich auch lachen, weil es kommt wirklich, er will diese Pille nehmen, er sieht, auf der Packung steht, kein, nicht nur mit Wasser nehmen, er googelt ganz schnell, was passiert, wenn man es ohne Wasser trinkt, tot, sofortiger Tod, es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn raus, alles kaputt und er sieht, dass im Store gegenüber aus dem Fenster raus, dass es da Wasser gibt, aber er kann ja seine Tür nicht zuschließen und das Haus, weil er ja keinen Schlüssel hat. Was wir vielleicht auch noch sagen müssen, das haben wir, glaube ich, nicht so noch richtig, also, wir haben ja gesagt, dass er die Welt um sich herum wirklich wahrnimmt wie Sonne und Gomorra. Und es ist wirklich so, er schaut aus dem Fenster, er sieht im Shop, er sieht, wie der Typ gerade eben dieses Wasser da aufstellt im Regal und vorm Shop sehen wir, wie ein Typ auf dem anderen Typ liegt und mir die Augen rausquetscht. Daneben ist ein Typ, der irgendwie kalbmackt herumspringt und drumherum wird geschossen und wird Drogen genommen und es ist wirklich, also ich wiederhole, Sodom und Gomorra. Es ist wirklich nicht so, dass es aussieht, als ob man vielleicht mal angepöbelt wird, das sieht halt wirklich aus so, mach dir den falschen Schritt und du bist tot. Ja. Es ist Apokalypse daraus. Ja, wirklich. Aber wahrscheinlich ist es nur ein sehr lauter Hinterhof, aber egal. Auf jeden Fall, Bo, ja, sein Ziel ist jetzt, er braucht Wasser, er braucht unbedingt Wasser, die Pillen hat er nämlich schon geschluckt und die werden ihn jetzt töten, wahrscheinlich. Unter uns, wer einmal Psychopharmika geschluckt hat ohne Wasser, das ist echt unangenehm, wirklich, wenn die so am Gaumen kleben bleiben, was ist widerlich, glaubt mir. Jo, auf jeden Fall, er hetzt über die Straße in diesen Store rein, wird dann auch noch angegriffen, währenddessen kann sich aber noch in den Store reinretten und während er dann bezahlt, das Wasser bezahlt, sieht er, dass auf der anderen Seite alle Personen, wirklich ausnahmslos alle, merken, dass bei ihm die Tür offen ist und in seine Wohnung reingehen. So nach dem Motto, jetzt machen wir, jetzt zerlegen wir ihm die Wohnung. Und das Interessante ist ja, dass der Typ, wo er das Wasser kauft, sagt, seine Kreditkarte wurde abgelehnt, das Wasser kostet irgendwie 1,79 Dollar. Was für ein Kiosk Wasser relativ günstig ist, muss ich sagen. Also in Köln bezahle ich mehr, das war eine große Erfahrung. Und das ist auch, diese Szene ist so langgezogen, dass auch da für mich wieder unterstrichen wurde mit, das passiert nicht wirklich, aber für ihn fühlt sich das halt einfach jetzt so an. Das ist diese reine Panik, er hat einfach Schiss davor, weil er ja, wie gesagt, die Tür zu seiner Wohnung oder zu dem Gebäudekomplex, wo er wohnt, ja mit so einem Telefonbuch offen hält. Auch extra aufpasst, dass man nicht sofort sieht, dass die Tür offen ist, aber es bringt halt nichts. Und während er wirklich so die letzten Pennies zusammenkramt, damit das passt, strömen die Leute da rein und es werden immer mehr und immer mehr. Und was ich total interessant finde ist, er ist ja wirklich ängstlich, aber da gibt es einen kleinen Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, seine Angst muss ich entscheiden, vor was habe ich mehr Angst. Und er hat einfach mehr Angst vor diesen Leuten, die gerade in seine Wohnung strömen, als vor dem Verkäufer. Denn als der dann irgendwie sagt, es fehlen noch zwei Cent, schmeißt er ihm ja diese Schale mit Take a Penny oder so, die es den Amerikanern anscheinend überall gibt, so entgegen so hier und geht einfach. Das fand ich ganz interessant. Ja, aber letzten Endes bringt es nichts, weil die Leute trotzdem in seiner Wohnung dann sind, ihn aussperren. Die Haustür fällt zu, das Telefonbuch wird rausgenommen. Ja, und auch hier ist essentiell, er hätte ja ganz einfach noch rufen können, hey und klopfen können, weil die Frau, die das Telefonbuch da wegnimmt, die ist ja noch in der Nähe. Aber er bleibt einfach still da stehen und er gibt sich so ein bisschen seinem Schicksal und schaut sich dann, sag ich mal, diese Straße an. Und was ich auch interessant finde, ist dann, dass alles auf der Straße oder jeder auf der Straße jetzt in seiner Wohnung ist. Das ist ein interessantes Bild, weil plötzlich scheint es so, als ob Bo alleine auf dem Planeten ist. Da haben wir auch einen sehr schönen, wir sehen das Gebäude von außen und dann ist es hell und dann ist es dunkel. Das fand ich, sah auch schön aus, wie dann die Lichter langsam angehen. Also wir sehen Bo von außen, er steht vor seinem Haus, er kann nicht rein, er weiß, also er ist immerhin nicht gestorben von den Pillen, aber er resigniert total, klettert irgendwie das Baugerüst da hoch, sieht von außen in seine Wohnung, was da gerade alles zerstört wird, wie der Typ weiter die Augen ausdrückt von dem anderen, wie irgendwas angezündet wird. Es ist halt eine Freakshow, das muss man dann, alles was wir hier erzählen, nehmt ihr bitte mal zehn. Und wir sind immer noch nur in den ersten 30 Minuten oder 45, keine Ahnung, von diesem, ne 30 Minuten, ich weiß ja, was da alles noch kommt. Das war wirklich dieser Teil, das war alles so absurd, man musste wirklich viel lachen, weil es so überzogen satirisch schrecklich absurd war. Also du sagst dauernd seltsamst du, ich werde dauernd absurd sagen, okay, wir haben jetzt Bo, der draußen sitzt, der kann nicht in seine Wohnung, sieht, wie sie drinnen zerstört wird. Das hat mir so leid, dieser Blick, der sitzt auf diesem Gerüst und schaut so in diese Wohnung, das wirkt so ein bisschen wie in so einem schlechten Film, das Waisenkind, was an Weihnachten an irgendwelchen Häusern vorbeigeht und guckt, wie glücklich Familie Weihnachten feiert. Es ist so wie Kevin allein zu Hause, bloß innen drin ist halt diese Party, die bei Mother von Aronofsky irgendwie stattfindet. Genau, den Vergleich wurde, den musste ich auch denken, also es ist ein bisschen wie, es eskaliert einfach total. Gut, aber es kommt dann ein harter Cut und Bo hat die Nacht über auf diesem Gerüst verbracht, wird von einem Bauarbeiter geweckt durch Sägespäne im Gesicht und ja. Aber auch interessant, dass der Bauarbeiter nicht auf ihn eingeht. Nee, wieso? Also der bohrt einfach über ihm. Vollkommen egal. Also das hat für mich nochmal gezeigt, welchen Stellenwert Bo in dieser Welt für sich selbst einigen eigentlich. Ja, ich glaube, er hält nicht so viel von sich sehr erst. Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen und warum, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Jedenfalls, er kann jetzt durch die Haustür reingehen, die wurde eingeschlagen, seine Wohnungstür steht ja sowieso offen, es gibt eine Leiche davor, genau mit seinem Handy in der Hand, die gerade noch 9-1 wählen konnte. Das war übrigens der Typ, der eben am Anfang des Films ins Haus reinjagte. Ist das eigentlich auch der Typ, der immer Suppe kauft und dann die Suppe auf den Boden schmeißt, weil die Suppe zu heiß ist? Uh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ist das der Minestrone, Mann? Was ich aber gedacht habe, weil ich dachte, dass jetzt sie daraus eine Art Horrorelement machen, weil er liegt da und er hat ein Handy in der Hand und Bo traut sich nicht ganz so an ihm vorbei, aber sie dachte, vielleicht kommt da jetzt auch irgendwas, dass da ein bisschen mehr Spannung mit aufgebaut wird. Ich habe es nicht gebraucht und ich finde es nicht schlimm, aber ich dachte, dass der Film daraus jetzt so ein bisschen kurz zum Gruselfilm wechselt, aber es hat sich getan. Herzblut nicht für mich. Okay, was kommt dann? Dann geht Bo in die Wohnung rein, schnappt sich das Handy. Wir haben, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, liebe Joschi, dass ich immer nicht unterbreche. Wir haben eine Sache vergessen, die vielleicht noch wichtig ist oder auch nicht. Die Spinne? Die Spinne. Die Spinne. Die aber, finde ich, ganz stellvertretend dafür steht, dass Bo mehr oder weniger in einer ständigen Todesangst sich befindet, weil ich glaube auch, die Spinne an sich, weiß ich gar nicht, ob es die so wirklich gibt oder ob es die nur in Bo's Vorstellung so, also es ist ja die tödlichste Spinne aller Zeiten. Die ist gerade in dem Haus. Die ist gerade in dem Haus. Die Vermieter waren davor, Achtung, tödlichste Spinne aller Zeiten, könnte bei euch in der Wohnung sein. Und das Geilste, auf dem Feldstuhl steht auch so, ruf doch mal einen Kammerjäger. Auf jeden Fall ist halt diese Gefahr, die Gefahr des Sterbens, die Angst davor zu sterben, die ist ja allgegenwärtig und ich glaube, dass das mit einer Spinne auch super symbolisiert ist, weil, ja, wie gesagt, das ist auch eine der, 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 er hat ja nicht nur Angst, er hat ja anscheinend auch Phobien. Das kommt dann mit dazu, die muss man ja dann, glaube ich, anscheinend. Wir sehen ja auch, dass die Spinne in seiner Wohnung ist. Er schließt die auf und wir sehen, wie sie unter Sofa krabbelt. Aber wo soll sie sonst sein? Okay, also Bo kommt jetzt nach dieser Nacht wieder in seine Wohnung rein, alles ist zerstört und er lässt sich im Bad ein, weil das Wasser wieder läuft und dann geht er erstmal an den Rechner. Nein, nein, ich glaube, er, warte mal, nee, erst kommt der beste Schuh seit Nope. Nämlich, ey, dieser Schuh im Monitor, das sah so toll aus. Genau, der geht an den Rechner und da steckt einfach, also wir finden beide Schuhe. Das sind normale Schuhe. Genau, der eine Schuh steckt im Fernseher, der Mixer läuft noch, irgendwas brennt und der zweite Schuh steckt im Computermonitor, an dem er sich einen Flugbuch, einen erneuten Flug zu seiner Mutter, also er hat ja jetzt nicht aufgegeben, er will zu seiner Mutter. Aber auch da ist das Problem, dass die Kreditkarte abgelehnt worden ist und dann lernen wir endgültig, was wir uns, ich zumindest, weil ich clever bin, vorher schon geahnt haben und zwar, dass seine Mutter ihn finanziert oder zumindest eine Kreditkarte gegeben hat. Und dann will er wissen, Mama, wieso funktioniert die Kreditkarte nicht? Ruft sie an und dann kommt der UPS-Bote ans Telefon. Kurze Frage, ich greife mal ein bisschen voraus. Es gibt eine Szene im späteren Verlauf des Films, wo man den UPS-Boten, mit dem er jetzt redet, sieht und zwar von hinten. Ich glaube, erkannt zu haben, dass es ein Cameo war, nämlich von Bill Hader. Aber die Stimme hätte man doch erkannt von Bill Hader, oder? Hast du die erkannt? Ich bin mir unsicher, weil Bill Hader ja so eine wandlungsfähige Stimme hat, weißt du? Aber ich dachte wirklich, dieser UPS, der so hinten, du siehst ja so ein bisschen so, ein bisschen was im Gesicht siehst du. Und für mich sah das aus wie Bill Hader. Und ich dachte, Bill Hader, der hat ja auch Barry gemacht. Das ist schon, das geht ja in eine leicht ähnliche Richtung wie Bogus of Raids, ein bisschen zumindest. Also ich hätte es geil gefunden. Okay. Ich will, dass es so ist und deswegen will ich, dass es so ist. Ja, also ich habe noch nichts, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe noch nichts gefunden, weil in den USA startet der Film ja auch erst am 11. April. Aber ja, das habe ich erkannt. Also wenn, wie gesagt, es könnte sein, dass Bill Hader da mitspielt. Sorry, dass ich das, aber ich muss das jetzt loswerden. Ja, wir müssen hier alles loswerden von dem her. Ja, aber der UPS-Bote geht ans Telefon und hat eine gute Nachricht für ihn, nämlich, da liegt ein, er ging ans Telefon, weil das gerade da so rumlag und er war in der Wohnung, die Tür war offen, die Hunde haben gebellt. Und da liegt eine Leiche in dieser Wohnung und zwar ohne Kopf. Denn da, wo der Kopf ist, eigentlich sein sollte, da steckt ein Kronleuchter. Ja, und wir sind so wie Bo und wissen jetzt auch nicht genau, was das bedeutet. Und der UPS-Mann ist auch so, ja, ich bin hier nur ans Handy rangegangen, ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee war. Und der sagt ja später, er sagt erst mal, vielleicht haben sie ja die falsche Nummer angerufen und ich drücke die Daumen, rufen sie noch mal an, Bo ruft noch mal an. Dann sagt der UPS-Mann, ja, habe ich Ihre Erlaubnis, diese Leiche zu durchsuchen und nach einem Personalausweis, der sagt Bo erstmal ja gar nichts auch. Und dann, was passiert dann? Dann sucht er die Leiche, durchsucht er die Leiche, findet einen Ausweis und findet bestätigt, ja, heißt ihre Mutter, ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr. Mona Wasserman. Guck übrigens, Wasserman, Wasser zieht sich auch wie ein Rotterfahrer durch diesen Film. Das wollte ich noch sagen. Okay, muss ich mal aufschlemmen. Tu das, wirklich, tu das. Es ist mir sofort aufgefallen, er heißt Wasserman, das Medikament mit dem Wasser ist total wichtig, dann diese Szene mit der Badewanne, der Schluss ist auch Wasser, also Wasser scheint irgendwie wichtig zu sein. Der Ort, in dem die Mutter wohnt, heißt Wasserton. Genau. Also, hm. Ja, gut, aber vielleicht heißt der Ort wegen ihr so, um nochmal zu behaupten, dass sie total krass viel Einfluss hat. Ja. Wegen diesem Gespräch, ich fand dieses Gespräch, also wahnsinnig gut geschrieben und auch gespielt, also als Voice Actor, ob es jetzt mit Hater oder nicht, weiß ich nicht. Und natürlich auch von Joaquin Phoenix, weil ich war so fast schon baff, wie die miteinander, also kommunizieren ist jetzt falsch, eigentlich redet er nur der UPS-Mann. Bo ist ja wirklich komplett erschlagen, also ähnlich wie seine Mutter. Er reagiert ja nicht. Ja, aber ich finde dieser UPS-Fahrer, wie der mit dem redet, das wechselte für mich so von selbst so ein bisschen schüchtern und auch ängstlich bis hin zu forsch. Am Ende ist es sehr bestimmt. Genau. Was dann auch rückblickend vielleicht Sinn ergibt, wenn man halt eben weiß, was dahinter steckt. Aber ich fand das, also so absurd, da ist es wieder, diese Szene, also es war lustig, weil es so absurd war, aber irgendwie, wenn das mal wirklich tatsächlich passieren würde, ja hoffentlich niemandem, dann, ich hab, das klang realistisch, das Gespräch. Also der UPS-Mann war ja auch so, klar, ich weiß nicht, ob der rangehen würde, aber er war ja wirklich so, ich hab auch keine Ahnung, was hier passiert, ich weiß nicht, was ich hier mache und was jetzt passiert. Ich kann dir auch nicht helfen, also es war auch irgendwie so krass, diese Szene, die hab ich irgendwie in der Welt einfach als sehr realistisch dann auch mal genommen. Also das ist jetzt so ein Punkt, an dem ich sagen würde, da merkst du langsam, okay, der Film mag, es gibt viele absurde Filme und es gibt viele Filme, die irgendwie, keine Ahnung, Albernheiten aneinander bringen oder Leute zeigen, die irgendwie überfordert sind. Hier an dem Punkt sieht man, dass der Film einfach von einem Meister seines Faches geschrieben wird. Nicht nur geschrieben, sondern wirklich in allen Bereichen komponiert, weil die visuelle Ebene ist auch so saustark, weil er hat sich ja gerade eben noch das Bad eingelassen und dann auch dieser Schnitt und du siehst halt, wie viel Zeit vergangen ist, einfach weil sich das Wasser mittlerweile den Weg zu Bo bahnt. Das ist halt auch so super, also Ari Aster ist immer, also der ist auf der Höhe seines Schaffens, also ich bin so freudig gespannt noch zu gucken, was der als noch für Filme dreht. Der kann man wenig wenig auch jedes Genre dann auch bedienen, aber jetzt kommen wir ein wenig von Lobhudelei wieder zurück zur Interpretation. Mama Wassermann ist tot. Mama Wassermann ist tot, die Badewanne, Bo erwacht langsam aus seiner Schockstarre, weil das Wasser aus der Badewanne zu ihm fließt und dann geht er schon in die Badewanne? Ich glaube schon. Und ja, da haben wir dann, keine Ahnung, die absurde Szene Nummer 8 oder so. Großartig, groß, ich fand es, ich habe echt, ich fand es großartig. Und damit, da muss ich tatsächlich sagen, das ist etwas in, wenn du jetzt sagst, okay und in dieser Szene wird Bo Wassermann in eine Schockstarre in die Badewanne steigen, was passiert als nächstes? Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass vielleicht einer von einer Million richtig rät, was passiert. Das ist, ja, wer hängt da über ihm an der Wand? Erstmal kriegen wir so Tropfen ab, wo man denkt, ist das Kondenswasser, was passiert da? Es tropft langsam immer mehr, es tropft so viel, dass es auch Bo auffällt. Er sieht nach oben und dann, wen sieht er? Wer ist das? Ich weiß es, also ich war mir während des Sehens unsicher, ob ich diese Person schon mal gesehen habe oder nicht. Ich sag nur so viel. Der war wahrscheinlich auf der Party noch, oder? Das kann doch jetzt sein. Aber ganz ehrlich, die Szene ist lustig, aber ich fand die auch irgendwie gleich sehr total gruselig. Ja, genau. Weil die halt so bizarr und grotesk war. Da liegst du in der Badewanne, guckst nach oben und da ist halt ein Typ, der sich da festkrallt. Nicht so wie so ein Dämon, sondern der muss sich wirklich mit seiner ganzen Kraft so gegen diese Wand stemmen oder gegen die Decke. In die Nische rein, ja. Er schwitzt so sehr, dass er auf dich runter tropft, weil es ihm so anstrengt, weil er ja schon seit einer halben Stunde da hängt oder so. Ja, genau. Und es ist eine total tolle Idee. Also auch visuell sieht das einfach wahnsinnig gut aus. Und ich musste auch hinterher wirklich drüber schmunzeln. Aber in dem Moment, wo ich das gesehen habe, fand ich das, hat mir das mehr Angst gemacht als die Spinne oder sowas. Das war, glaube ich, die erste Szene in dem Film bis dahin, wo ich wirklich sagte, okay, wenn ich mir das, wenn ich mir vorstelle, ich liege in der Badewanne und ich will mich entspannen und gucke nach oben. Deine Mutter ist gerade gestorben. Ja, das passiert das. Und ich gucke nach oben und dann ist da so ein Typ und das Krasse ist ja, der sieht auch noch, das ist kein Dämon oder so, das ist ein stinknormaler Typ, der noch so ein Anurag anhat oder so. Und also ich war wirklich baff, als ich das gesehen habe. Sehr beeindruckt und baff. Was passiert? Du hast es vorher extra nochmal erwähnt. Dem Mann da oben krabbelt die Todesspinne über die Stirn, was ihn noch mehr so krass aus der Konzentration reißt, dass er nach unten auf unseren nackten Bo plumpst. Ja, und dann kämpfen sie ein bisschen. Man sieht auch schon die, was dann im späteren Verlauf wichtig sein wird, ein bisschen Hodensack, würde ich sagen. Und sieht man sie, weil sie vielleicht ein bisschen vergrößert sind? Das könnte sein. Auf jeden Fall, die kabbeln sich da ein bisschen in der Badewanne gegenseitig. Bo kann sich befreien und läuft auf die Straße. Mit dem Handy. Nee, nee, Moment. Es passiert noch ein Anruf. Irgendwann passiert noch ein Anruf. Ähm, nee. Mit dem Anwalt. Wann passiert dieser Anruf? Nein, nein, das kommt später, wenn er bei seiner neuen Familie ist mit dem Anwalt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Es passieren sehr viele Anrufe. Ja, aber wir haben noch was vergessen. Etwas, was vielleicht wichtig ist, was vielleicht so ein bisschen im Bereich des Symbolismus eine wichtige Rolle spielt. Er hat doch seiner Mutter so eine kleine Porzellanfigur gekauft. So eine Maria-Figur, die ein Kind in der Hand hält. Genau, so groß wie so ein Daumen, würde ich sagen. Will er seiner Mutter schenken. Genau. Und er schreibt auf den Boden. Warum fährt er überhaupt heim? Das haben wir gar nicht gesagt. Warum fährt er heim? Weil es der Todestag seines Vaters ist, den er nie kennengelernt hat. Und auf die Figur schreibt er dann auch noch irgendwas. Sorry, Mama. Du bist die beste Mama und sorry, dass es mich gibt oder so. Okay, und dann, also er ist jetzt zu voller Schock, hat er sein Handy in der Hand und sein, oder er greift diese Figur und rennt nach draußen, nackt, wie Gott ihn schuf. Ich glaube sogar, dass er die Figur noch in der Hand hat, weil er die im Bad schon in der Hand hatte, oder? Ich will mir gerade uns sagen. Ja, genau. Mit der Figur und dem Handy ist er in die Bad gestiegen. Okay, und da kommt jetzt wieder dieser Birthday-Stabber, den wir kurz erwähnt haben, den er im Fernsehen sieht. Der ist nämlich nackt und sticht einfach auf Leute ein. Und da musste ich tatsächlich, also da glaube ich, habe ich das Kino totgelacht und ich glaube, die Leute neben mir dachten, was hat der? Als nämlich der Birthday-Stab-Boy das erste Mal erwähnt wird in dieser Nachrichtensendung und beschrieben wird als ein älterer, weißer, beschnittener Mann. Diese Beschreibung einfach. Keine Ahnung. Das steht anscheinend in dieser Stadt, in der Bo lebt, würde ich jetzt mal sagen, ist angelehnt an New York, weiß ich nicht. Steht einfach random ein Serienkiller und der ist nackt und darf einfach Leute an ihrem Geburtstag abstechen? Oder wie ist das? Ja, aber allein diese Sache von wegen hier mit beschnitten. Ich meine, das männliche Genital spielt hier eine sehr wichtige Rolle in diesem Film. Allgemein glaube ich, da ist auch dieses Thema Männlichkeit durchaus auch eine Thematik ist, an der sich hier Ari Aster durchaus auch abarbeitet. Natürlich, ja. Aber war das nicht auch einfach lustig, weil man denkt, okay, wenn ein nackter Mann mit einem Messer auf dich zuguckt, dann guckst du ihm nicht auf den Penis, um zu schauen, ah nee, der ist nicht beschnitten, das ist nicht der Birthday-Stabber. Ja, genau. Also Bo rennt nackt raus, hat in der einen Hand halt auf jeden Fall diese Figur, die er seiner Mutter schenken will, rennt zu einem Polizisten, der sich gerade wahrscheinlich mit einer, weiß ich, Prostituierten oder irgendwas, ist ja egal, unterhält. Und was macht der Kopf, als guter amerikanischer Kopf, was macht man da richtig? Freeze! Freeze! Man schüttt seine Waffe. Genau. Und Bo reagiert, wie Bo nun mal reagiert, er bleibt erst kurz stehen, total ängstlich und dann rennt er einfach weiter und... Nee, 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 er macht alles, was der Polizist ihm sagt erstmal. Er sagt, ich bin doch still, ich bin... Und der Polizist offensichtlich tut so, das ist ja auch in seiner, wieder aus der Sicht von Bo wahrscheinlich. Also Bo, er gehorcht, was gesagt wird, aber der Polizist tut so, ist wie bei dem Zettel, als würde er sich ganz anders verhalten, als wir das sehen. Also als würde er sich eben nicht, als würde er sich nicht freezen und dann erst dreht er sich um und rennt weg. Und da sehen wir dann auch den, dass ihm der Birthday-Stabber entgegenrennt, der ihm, der auch nackt ist, beide. Ja. Da sind nackt, zwei nackte Männer, genau. Also sagen wir es mal so, vor ihm der Polizist, vor dem er wegrennt, hinter ihm der Birthday-Stabber, also muss er nach links laufen. Blöd nur, dass da gerade Nathan Lane und Penny, äh, wie heißt sie? Amy Ryan. Amy Ryan mit ihrem Truck vorbeifahren. Ja, eine Sache. Ist es vielleicht so, dass alle Leute, oder zumindest in dieser einen Szene, die Leute, die psychischen Knacks haben, nackt sind? Vielleicht? Nein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, es passt nicht zum Rest des Films, weil im späteren Verlauf des Films lernen wir auch Leute kennen, die ja wahrscheinlich auch ein bisschen Knacks weghaben, zumindest in der Perspektive von Bo. Und die haben auch Sachen an. Okay, vergiss das, das war, okay, ja. Ja, lasst uns diesen Akt jetzt beenden. Dieser Akt, der im Film 45 Minuten geht und wir sprechen schon länger als 45 Minuten und der wird jetzt überfahren. Bo wird jetzt überfahren von dem Pärchen und da ist der erste Akt, das ist jetzt zu Ende. Ja. Übrigens auch schön, dass das Pärchen auch noch die Leiche überfährt, die da auch immer liegt. Ja, liegt überall Leichen rum. Das ist aber auch ganz normal. Ja, New York, wer kennt das nicht. Und dieser erste Akt, also der war großartig. Es war, dieser Filmauftakt, der war wirklich wahnsinnig. Also das ist aber auch tatsächlich ein bisschen so pausenlos. Das wäre, also, verging wie im Fluge, würde ich sagen. Weil er einfach ein hohes Pacing hat. Ja, aber es geht so ähnlich weiter, aber es wird, also es ist nicht mehr so wie am Anfang. Also der Anfang ist schon ein großer, ein guter Teil des Films. Also der erste Akt ist das, was ich jetzt sagen würde, kommt einer normalen Panikattacke mit am nächsten. Weil es einfach auch kumuliert und zum Ende hin einfach immer schlimmer wird. Und du hast dann auch mit diesem Überfahrenwerden, so diesen Breakdown. Es ist der passende Abschluss für den ersten Akt, Fade to Black. Und ja, den ersten Akt, dem, weiß ich nicht, wollen wir dem einen Namen geben? Oder können wir das irgendwie abschließen? Bo und die Welt sah. Bo ist zu Hause, genau. Das hast du vorhin gesagt, Max, Bo kriegt neue Pillen. Ja, Bo kriegt neue Medikamente. Bo und die Angst. Ja, Bo und die Angst. Also wir lernen auf jeden Fall da sehr, sehr gut kennen, mit wem was zu tun haben. Ja. Und eigentlich dachte ich so, okay, jetzt weiß ich ungefähr, in welche Richtung der Film geht. Und es stimmte auch. Aber trotz allem, wenn das ein Computerspiel wäre, dann sind die ersten 45 Minuten das Tutorial. Ja. Und jetzt geht es halt erst richtig los. Denn, wir haben es schon gesagt, Nathan Lane und Amy Ryan, die spielen ein Ehepaar. Ich weiß gerade ihre Filmnamen nicht. Roger heißt er und sie heißt Grace. Genau, Roger und Grace, vielen Dank. Also es sind gute Christen, das können wir jetzt sagen. Sie haben, nur dass ich das jetzt hier mal beschleunige, sie haben einen Sohn, der bei der Armee diente und leider verstorben ist. Sie haben aber auch ein Puzzle von ihm. Genau. Sie haben eine pubertierende Tochter, die natürlich wie jede Armee-Tochter auch Drogen nimmt und bitchy ist. Also wir befinden uns in so einer, ich würde sagen, so eine ganz klassische Picket-Fences-American-Familie. Was ich aber auch wieder interessant finde ist, und ich wiederhole mich erneut, aber wir dürfen nicht vergessen, zumindest ich finde es so, wir sehen alles aus Bows Perspektive. Klar. Und aus seiner Perspektive ist er halt der supergeilste Chirurg aller Zeiten. Der Vater, nicht Bo selbst. Genau, der Vater, pardon. Also Roger und Grace ist irgendwie erfolgreiche Investmentbankerin. Also irgendwie so, dass er, er hat für sich das Gefühl, da habe ich es zumindest verstanden, dass diese zwei halt etwas haben und etwas leben, was er nicht kann. Ja, für ihn sind das normale, in Anführungszeichen, weil normal ist natürlich immer so ein schwieriges Wort, aber für ihn sind das normale Menschen. Und er überhöht sie fast schon. Er als Superchirurg, total nett, sie auch total nett und dann noch Investmentbankerin. Ob sie das wirklich sind, weiß man nicht, denn letztlich wissen wir halt nicht, wie schwer verletzt er wirklich ist. Vielleicht haben sie ihn auch gar nicht angefahren. Vielleicht ist das nun eine Einbildung. Oder vielleicht ist es so. Ich weiß es doch auch nicht. Hilf mir. Ja, okay, da können wir wieder, wenn wir jetzt die ganze Zeit denken, ja, stimmt das alles, was der Protagonist uns hier zeigt, dann können wir ja gar nicht mehr aus der Nummer raus. Ja, klar. Also wir, sie sagen ihm auf jeden Fall, wir haben dich versorgt. Er wacht in einem Zimmer auf, was der Teenie-Tochter gehört offensichtlich. Sie sagen, die haben dich überfahren und der Birthday-Stepper hat dir noch krass in die Hand gestochen, was wir dann in der Rückblende auch noch kurz sehen. Ganz ehrlich, diese Szene, wenn der Birthday-Stepper mit diesem kleinen Messer, boh, gefühlte Dutzende Mal in die Handfläche sticht, fand ich ja echt wieder nicht. Oh, übel, übel. Okay, und die sagen ihm halt, wir haben dich versorgt hier, überall liegen kleine Zettelchen mit Smileys drauf. Vielleicht ist es auch Bo's Idealvorstellung, wie eine Mutter sich um einen Sohn kümmert, wenn es gut läuft. Ich glaube fast, ja, ja, ja. Genau, und er ist, man sieht auch, Bo ist ja eigentlich auch ein netter Kerl. Er sagt auch dauernd, weil die Tochter zickt ja total rum, dass er in ihrem Bett liegt und er sagt dauernd, du, mich stört es nicht, ich kann auch auf dem Sofa schlafen, geh du doch bitte in dein Zimmer. Aber die Tochter ist, nö, die ist sowieso durch. Die ist drüber, die ist ein bisschen drüber. Was wir auch noch haben in dem Haushalt ist, wir haben noch Jeeves, der mit dem Sohn gedient hat und da irgendwie einen Knacks bekommen hat und jetzt da immer ruhig gestellt wird und immer ein bisschen bedrohlich. Ja, wie kann man sich den vorstellen? Also Jeeves ist ja, ich meine, ihr habt ja den Film jetzt auch gesehen, also Hörerinnen und Hörer, er ist halt ein Metzger, ne? Typ Metzger. Also ganz ehrlich, Jeeves sieht so aus, als ob er in irgendeinem späteren Gaspar Noé-Film Metzger spielen soll. So sieht Jeeves aus, ja. Das ist tatsächlich der Schauspieler, der in Inglourious Basterds den Vater von der Französin spielt. Genau, genau. Denise Minoch-Hate oder so ähnliches. Ja. Genau, was jetzt aber wichtig passiert, also Jeeves ist natürlich nicht unwichtig, aber jetzt kommt dieser Anruf, von dem ich dachte, dass er vorhin schon passiert ist. Ein wichtiger Anruf, der unsere Charaktermotivation noch viel mehr Druck und viel mehr Beschleunigung hineingibt, als wäre das sowieso schon nicht... Schuldgefühle. Er ruft nämlich, oder er wird angerufen vom... Er ruft den Anwalt an. Den Familienanwalt, genau. Er ruft den Familienanwalt an. Er will wissen, ob das, was er sich denkt, dass passiert ist, wirklich passiert ist. Nämlich, dass seine Mutter tot ist. Und dann sagt der Anwalt ihm, ja stimmt, und zwar hat sie, wo bist du denn, was soll das, was ist los mit dir, wir erreichen dich nicht, er hat ja zwei Tage geschlafen. Und deine Mutter hat nämlich verfügt, dass sie erst begraben werden kann in deinem Beisein. Also dieser Druck, du musst sofort hierher kommen, diese Frau ist 70 Jahre alt, eine Leiche muss sofort vergraben werden und die schimmelt und gammelt hier rum, weil du es nicht schaffst. Liegt noch mit dem Kronleuchter, muss man sagen, mit dem Kronleuchter an der Stelle ihres Kopfes, einfach da rum, wo sie rumliegt. Genau, komm sofort nach Hause, sonst kann deine Mutter, wird entehrt und es ist schlimm und schrecklich, was ihr gerade passiert und du musst sofort kommen und du bist schuld. Für jede Sekunde, die du nicht hier bist, wird deine Mutter noch schlimmer entehrt, sozusagen. Und das war wirklich die Szene, wo mir endlich klar gewesen ist, okay, das ist jetzt wirklich Schuldgefühle. Also Bo badet da näher förmlich, weil wie dieser Anwalt mit ihm redet, so redest du halt im normalen Leben auf gar keinen Fall mit jemandem, der gerade seine Mutter verloren hat und selbst, dass er sich nach der Todesmeldung drei Tage nicht gemeldet hat. Ganz ehrlich, wenn du erfährst, dass deine Mutter gestorben ist und du meldest dich drei Tage lang nicht, hat das seine Gründe wahrscheinlich. Aber das sehen wir auch, dass es so übertrieben ist, er geht ja dann an den Rechner von der Tochter im Zimmer und googelt das und da kommen gleich Nachrichten, die sagen, berühmte Unternehmerin, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen, Wasserman gestorben. Und da ist doch auch eine Formulierung, die total übertrieben ist, die so, und ihr Körper liegt noch total unentehrt hier rum oder so. Und da kommt die Szene mit Bill Hader, vermutlich. Ja, genau, wir sehen den UPS-Mann von hinten, der interviewt wird. Wir sehen dann auch das erste Mal Elaine. Ja, wer ist denn Elaine, Schlogger? Kennen wir die da schon? Ich glaube, wenn, haben wir sie nur ganz, ganz kurz in so kleinen Sekundenbruchteilen gesehen. Wir haben sie ganz zu Beginn gesehen. Ah ja, wir haben sie ganz, du hast recht, Max, genau, auf dem Foto haben wir schon ein Foto von einem jungen Mädchen gesehen und da stand dann irgendwie drauf. Liebe Elaine, wenn dir dieses Foto gefällt, keine Ahnung, gibt es noch mehr davon. Also es ist schon ein bisschen so ein zweideutiger. Und dann sieht er Elaine eben auch, die auch interviewt wird und Bo's Reaktion ist, er kotzt auf den Rechner. Und zwar habe ich nicht damit gerechnet. Jedenfalls, ja, wir wissen, der Druck ist groß, er muss unbedingt nach Hause, er geht zu den Leuten und sagt, hallo, könnt ihr mich bitte, ich muss da hinfliegen, ich muss da hin. Und die sagen, du kannst nicht fliegen, dann platzt deine Wunde einfach auf, wir fahren dich da hin, alles gut. Er total unter Druck, total unter Stress, gefangen in einem fremden Haus, hat überhaupt nichts mehr. Also da habe ich auch gedacht, oh Gott, was würde ich in der Situation machen? Ich wäre ja schon gestresst und ich habe keine Angststörung, also es wäre, für den muss es sich ja mal tausend anfühlen sozusagen. Kurz zur Information, ich habe meine Zeit genutzt und recherchiert und anscheinend wird der UPS-Gal wirklich von Bill Hader gespielt. Was? Okay, tiefe Beeindruckung. Ja, ich bin gerade sehr glücklich, dass das so ist. Oder hast du gegoogelt, Stu will recht haben, Bill Hader, UPS-Man, Bo is afraid. Und das Internet hat gesagt, ja. Nee, der hat selbst noch einen Reddit-Thread aufgegeben. Boah, Bill Hader ist der UPS-Man. Ja, also anscheinend, also ich möchte es nicht unterschreiben, aber ich bin mir halt auch wirklich sehr sicher. Also ich fand wirklich, das war Bill Hader, aber ist jetzt auch egal, sorry. Okay, das macht die Sache halt noch witziger, tatsächlich. Ari Aster, Props an dich. Falls du mich hörst, ich bin deiner. So, weiter. Entschuldigung, war das halt mit der, wo er an dem Rechner an dem Laptop sitzt auch schon? Ja, er kotzt gerade in den Laptop und die Teenie-Tochter dreht jetzt komplett durch und sagt, jetzt kommst du hier ins Haus, machst einen auf meinen Bruder, kotzt in den Laptop. Weil ganz ehrlich, das ist eine Wenig-Szene, die ich sagen würde, die ist realistisch. Wenn du einer Teenagerin auf einem Laptop kotzt, würde die wahrscheinlich genauso reagieren. Natürlich. Ja, und da wird auch dauernd schon gesagt, ja, das ist mein Adoptivbruder oder sowas, so ganz weird, so hä, was, dass der jetzt adoptiert wäre. Also wir kommen jetzt noch an den Punkt, an dem, zumindest in Bows Vorstellung, er vielleicht als Ersatz für den gefallenen Sohn herhalten soll und deswegen nicht weggefahren werden darf. Also sagen wir es mal so, das passiert in den nächsten zehn Minuten irgendwie. Da verschwimmen jetzt meine Erinnerungen ein bisschen. Ja, nee, es ist wirklich so. Also wir sehen immer mehr so, dass dieser Sohn, Nate heißt er, vor allem der Mutter sehr wichtig ist. Die machen halt ein Puzzle, so ein Tausendteile-Puzzle mit dem, mit dem Foto ihres Sohnes. Sie haben so einen kleinen Altar. Wenn sie essen, beten sie und die Mutter blickt dann immer auf diesen Altar, richtig fanatisch fast schon. Ja, und sein Zimmer ist immer noch so, wie es war, als er drin gewohnt hat. Genau, das ist ja auch so die Sache, dass die Tochter sagt, ja, wir haben doch ein unbenutztes Zimmer, tut doch Bo da rein. Nein, nein, dieses Zimmer ist nicht unbenutzt. Also ja, ich habe es auch so verstanden, dass sie ihn nicht fahren lassen oder gehen lassen wollen, weil er jetzt den Sohn einnimmt. Wobei man sagen muss, der Sohn war vermutlich Anfang 20, als er gestorben ist. Bo ist halt doppelt so alt. Ja, und der Sohn sah halt aus wie ein schöner, junger Amerikaner und Bo sieht halt aus wie ein... Joggen Phoenix mit grauen Haaren und Plauze. Ja, genau. Und halb Glatze. Jedenfalls, Bo möchte unbedingt zu seiner Mutter. Der Druck ist noch, the pressure is real. Und die sagen, ja, wir fahren dich. Und dann kommt aber immer was dazwischen. So, wir fahren dich morgen. Er so, ich kann nicht morgen gefahren werden. Und dann kommt der Nathan Lane, also der Roger, auch zu ihm und sagt, ja, du darfst das entscheiden. Was sollen wir jetzt tun? Und dann schweigen, wir fahren dich morgen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wortwörtlich so war. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, Bo wird die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden und ein Machtwort zu sprechen. Aber es wird ihm dann abgenommen in den paar Sekunden. Und das fand ich sehr lebensnah, weil wir sehen, ja, okay, in einem Hollywood-Film würde der Mensch jetzt eben eindeutig sagen können, okay, ich tue das jetzt oder macht eben gar nichts. Aber ich dachte auch, wenn ich in der Situation wäre und jemand würde mich fragen und ich hätte die Chance, da irgendwie einzugreifen und sagen, nein, ich muss jetzt gehen. Ich hätte mich wahrscheinlich trotzdem auch nicht getraut, weil es ist einfach so eine unangenehme Situation. Und das habe ich dem da voll abgenommen, dass er nicht jemand ist, der keine Entscheidung treffen kann, was er wahrscheinlich ist, sondern dass es zusätzlich auch die ganze Zeit Situationen waren, in denen man sich einfach nicht trauen würde, diese Entscheidung, so ein Machtwort zu sprechen. Da kommt ja auch später noch, wenige Minuten später, die Szene mit den Drogen, wo die Tochter dann behauptet, ich fahre dich hin, hält ihm im Auto dann aber erst mal ein Joint hin und zwingt ihn, den zu rauchen. Und das ist auch was, wo ich mich auch niemals getraut hätte, wahrscheinlich dann zu sagen, nee, ich will den nicht rauchen. Ja, was auch gesagt werden muss, wie großartig Nathan Lane als Roger ist. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe den Mann mal ein paar Filme gesehen und der spielt, glaube ich, auch in der zweiten Staffel in Only Murders in the Building mit. Das ist ja mehr so ein Theatermann wohl. Aber der ist so gut in der Rolle. Und Modern Family. Und Modern Family, genau. Da ist er auch immer wieder als Gaststar zu sehen. Und der spielt das, also das ist für mich die rein rastigst, komischste Rolle. Aber auch da ist halt viel unter der Oberfläche vergraben. Sowieso finde ich diese ganze Heile-Familie-Episode mal, nenne ich es mal, auch mit die witzigste, weil, das haben wir auch gar nicht erwähnt, wenn er seinen Anwalt anruft, sehen wir im Hintergrund, wie Jeeves, der in diesem Wohnwagen, der einfach so, einfach so in diesem gepflegten Garten steht, dann aus dem Wohnwagen kommt und wie so eine Militärübung, wie eine Spinne. Ich dachte, okay, ist Jeeves jetzt diese neue Spinne? Wirklich sich so hinter ihn schleicht. Großartige Szene. Aber das ist eine gute Interpretation, finde ich. Mit dieser neuen Spinne. Dann kommen die zwei immer mit einer Spritze, mit 20 Spritzen, die schon in dem G's stecken und sagen, keine Sorge, keine Sorge, mach dir, ist alles ganz normal. Das haben wir auch noch gar nicht, glaube ich, angesprochen, dass die Familie ja auch Pillen verteilt, als wären es Bonbons. Ja, die Tochter nimmt sich Pillen mit aufs Zimmer, die einfach random liegen. Ich glaube, der Einzige, der keine Pillen nimmt, zumindest sichtbar, ist halt Roger. Das ist ja der Arzt, der Chirurg. Der gibt seine Mutter, seiner Frau gibt er drei, seiner Tochter gibt er zwei, Bo gibt er zwei. Jeeves bekommt dann auch mal ein paar Spritzen hinten rein. Die Szene kommt ja später, aber ich musste so lachen, als wirklich Grace und Roger auf diesen Jeeves liegen. Und das ist halt wirklich schon ein Bulle von Kerl und ihm dann hinten diese Spritzen in den Hals reinrammen und sagen, er ist halt nicht so gut drauf. Und haben wir schon gesehen, dass die Tochter auch zu Jeeves geht? Ja, also wir haben es noch nicht erwähnt, aber die Tochter hat anscheinend, also ich würde ja sagen, Jeeves ist so ein bisschen ihr Pitbull. Ich finde, dass die Tochter auch die Person ist, die mehr oder weniger die größte Gefahr für Bo darstellt. Und Jeeves ist auch ein bisschen ihre Waffe. Das weiß man zwar noch nicht, wird sich, gut, ergibt sich dann im Laufe des Films. Wir waren aber gerade im Auto mit dem Joint. Aber eine Sache, ich weiß, wenn wir es gesagt haben, es tut mir leid, dann habe ich es vergessen. Haben wir schon erwähnt, dass Bo, seitdem er bei Grace und Roger ist, ein Fußband hat, nenne ich es mal. Eine Fußfessel, ja. Eine Fußfessel. Elektronische Fußfessel. Jetzt haben wir es erwähnt. Bo, wo Roger sagt, das benutzt er, um die Vitalwerte von Bo zu überprüfen. Jeder, der aber auch nur ein Minimum mal ein Film gesehen hat, der irgendwas mit Kaution zu tun hatte, weiß, das sieht mir mehr aus wie eine Kautionsplätze. Genau. Okay. Gut. Okay, wir waren eben auch. Jetzt kommen Rückblenden. Jetzt kommen Rückblenden. Endlich. Ach, jetzt Rückblenden. Okay. Ah, klar. Jetzt kommen wir nämlich aufs Kreuzfahrtschiff. Bo sitzt im Auto, ist komplett zugedröhnt. Stimmt, als er den Joint geraucht hat, der ihm aufgezogen wurde, er wurde dabei auch gefilmt von den zwei Teenies. Jetzt sehen wir das erste Mal seine Mutter und wir sehen das erste Mal Elaine und wir sehen, wie, also es muss ja eine Erinnerung sein, die sehr prägend war, nämlich eine Kreuzfahrtreise, ich würde sagen zwölf-, dreizehnjähriger Bo mit seiner Mutter, sie haben eine gute Zeit, es ist alles so ein schönes, warmes Sonnenuntergangslicht getaucht. Ähm, aber es sieht viel zu künstlich aus. Also, also, alles was wir gesehen, ist nicht Realität, ist nicht wahr, aber ich fand immer, dass diese Rückblenden, die sahen so gekünstelt aus und von der Optik so perfekt und poliert. Wie so eine Werbung. Wie so eine Werbung, ja, das ist so. Und apropos Erinnerung, was wir auch noch nicht erwähnt haben und das kam auch vorher schon, ist, der sagt ja beim Therapeuten ganz am Anfang, er hatte wieder diese Erinnerung. Er hat ja noch eine Erinnerung, die aber… Die auch immer wieder zum Vorschein kommt mit der Badewanne, ne? Genau, aus der Badewanne, man sieht seine Mutter und ein Kind. Ich sag's ja Wasser, die Leute, Wasser ist richtig. Genau, Wasser, stimmt. Okay, wir sind auf der Yacht, er mit seiner Mutter, wir sehen Elaine das erste Mal als Kind. Äh, und ja, wie weit müssen wir das jetzt aussehen? Ja, ich würde sagen, man sieht, dass die sich da mehr oder weniger ineinander verlieben, also so eine kleine Urlaubsliebe, Kindheitsliebe von… Ja, beide so um die zu verlieben, also das ist ja so gerusht, also die sehen sich zwei Sekunden und dann sagt sie gleich, okay, jetzt hier zehn Sekunden, in denen du mich küssen kannst und er, was, hä? Aber ganz ehrlich, das erinnerte mich fast schon an so eine typische Coming-of-Age-Rom-Com, wo halt der eine Zwölfjährige sich in die andere Zwölfjährige verknallt und alles, so dieses Pixie-Dream-Girl-Syndrom, weißt du? Findet ihr, ich fand, der Beau war total über… der war überhaupt nicht verknallt, der wurde einfach total überrumpelt und sie war halt dieses Tomboy, die so schnell ist und er sagt ja, er deutet ja auch dann an, ich habe da diese Condition, das wurde ja schon gesagt, aber mich wirkt es so, als würde sie sich im Fall aufdrängen und er macht dann einfach mit sozusagen. Naja, schon, aber irgendwie, ich glaube, das macht in der Hinsicht auch Sinn, weil er es ja nicht anders kennt. Und dann stimmt, wir stehen… Sorry, Max? Nee, ich wollte bloß sagen, solche Frauenfiguren, dieses Pixie-Dream-Girl, das ist ja auch immer sehr reizvoll, also in vielen Filmen vorher, ob es jetzt Natalie Portman in Garden State ist oder sowas oder, keine Ahnung, andere Beispiele. Ähm, ich meine, sie lässt sich vor einer Leiche fotografieren. Stimmt. Oh, was für eine tolle Szene, wenn das alles… Oh, okay, sorry, ich mach weiter. Ich muss grad… Genau, sie lässt sich von… sie rennt rum und erzählt, da ist eine Leiche im Pool, so klopft, so lernen sie sich auch richtig kennen, weil sie dann auch an seine Tür klopft und sie treffen sich nachts am Buffet und sie zeigt auf die… Zum Leichen klotzen. Ach so, nee. Sie zeigt dann auch auf die Gerichte und er sagt die ganze Zeit, das bringt dich deswegen um und das bringt dich deswegen um. Da sehen wir schon, er wurde schon mit… er ist schon ein sehr angsterfülltes Kind. Ja, aber was mir zu denken gegeben hat, er sieht sie ja, wie sie da an dieser Flur entlangläuft und in jedes Zimmer klopft und sagt, da ist eine Leiche, das ist eine Leiche und er sieht sie, geht zurück und passt es wirklich so ab, dass er sofort die Tür aufmachen kann, wenn er klopft, wenn sie klopft. Das heißt, also ich hab' ich's verstanden, er möchte auch mit ihr zusammen sein, weil ansonsten hätte er einfach nicht reagieren können. Tür zu und einfach ignorieren, was ja viele Leute mit einer Angststörung halt eben auch machen. Aber für mich war es irgendwie klar, er möchte mit ihr zusammen sein. Wir wissen auch nicht, wie afraid, dass er damals schon war. Das stimmt schon, aber wenn er sie halt irgendwie nervig gefunden hätte… Auf Essen war er afraid, auf jeden Fall. Wenn er sie halt nervig oder unattraktiv oder uninteressant gefunden hätte, hätte es ja genügend gereicht, einfach die Tür zuzulassen und zu tun, als wäre er nicht da. Aber er steht ja wirklich da und wartet nur darauf, dass sie klopft und macht dann sofort die Tür auf und so, oh, was für ein Zufall. Ist da schon die Szene, dass die Mutter ihn so ganz awkward ausfragt, so, magst du die? Ja, die ist bestimmt dein Zufall, oder? Ich glaub, das ist alles in dieser Rückblende zumindest. Ja, genau. Da merkt man schon, dass sie so ein bisschen unangenehme Fragen stellen und ein bisschen übergriffig. By the way, Patti Dupont heißt die Schauspielerin der Mutter, die ist mir vorher noch nie wirklich aufgefallen. Ja, aber in dem Fall ist es Zoe Lister-Jones von Life is Peace is. Ach so, okay, gut. Ich dachte, das ist die gleiche, nur auf Jünger geschminkt. Nee, 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 es sind zwei verschiedene Darstellungen. Ah, okay, okay. Dann muss ich das Lob an beide Frauen, an Zoe Lister-Jones und an Patti Dupont, die spielen nämlich herausragend. Okay, dann springe ich weiter im Inhalt. Irgendwann kriegen wir mit, dass die, die küssen sich dann, sie zwingt sich ihm quasi auf und dann kommt sie nachts rein und sagt, ich muss gehen, sie bringt mich weg, warte auf mich, warte auf mich. Er verspricht mir, dass du auf mich wartest und er, ja, war, ich warte, ich verspreche es. Er nimmt es halt leider zu wörtlich. Ja, und er hat auch dann dieses Foto, was wir vom Anfang an kennen und da steht auf der Rückseite auch drauf, warte auf mich. Ja, gut. Genau. Und das dann, was dann auch noch kommt, das kommt auch in der Szene, in der Erinnerung schon, dass wir die Mutter sehen, wie sie so rot angeleuchtet über ihm, mit dem beim Einschlafen spricht, oder? Ja, da verwandelt sie sich auch immer wieder in die ältere Mutter, also da sind wir dann. Ja, aber das ist doch, ganz ehrlich, das ist auch eine Szene, wenn es die Szene ist, wie gesagt, im Film steckt viel drin, also wir werden wahrscheinlich schon einiges durcheinander gebracht haben, aber das ist auch dieser, ich nenne es mal Monolog, wo sie ihm erzählt, wie er gezeugt worden ist und wie sein Vater gestorben ist, oder? Ja. Also, oh. Und sagt, sagt ihrem Sohn noch, du hast das auch geerbt. Ja. Weil dein Großvater und Urgroßvater hatten das auch. Das ist doch, genau. Das sind auch so. Also, und das hat, das weiß der Junge ja schon, weil er hat ja am Buffet zu uns und zum Mädel gesagt, ich habe da diese Condition, also er hat Angst vor jeglichem körperlichen Kontakt durch diese Geschichte. Kurze Frage aus Neugier, ich hatte ja das große Glück, ich habe den Original-Tour mit deutschen Untertiteln gesehen, ihr auch? Ja. Okay, gut, sehr gut. Dann sind wir auf einem Level. Also, wir haben dann, da müssen wir jetzt kurz zurück, denn als er von Nathan Lane aufgefangen wurde und zusammengefliegt wurde, hat Nathan Lane auch schon zum zweiten Mal jetzt in diesem Film gemerkt, der Hodensack von Joaquin Phoenix ist ein bisschen größer als Otto Normals Hodensack. Nur so, damit wir mit der Condition jetzt weiterkommen. Kurze, kurze Frage, euch ist das auch geläufig, dass man sagt, wenn man nicht viel Sex hat, als Mann hat man dicke Hoden, oder? Ja. Okay, gut. Dann, gut. Es lässt zu vermuten, dass er deswegen große Hoden hat, weil er aus Angst einfach noch nie gekommen ist. Ja. Das. Genau. Und wo du schon sagst, du, die Horror-Szene, die zweite große Horror-Szene, es folgt nämlich in dieser Sequenz zu Hause auch noch eine dritte große Horror-Szene, für mich zumindest war das auch eine wirkliche Horror-Szene. Davor kommt aber noch was ganz Kurzes, dass die Mutter ihm was zuflüstert und ihm eine Fernbedienung für eine Kamera in die Hand drückt. Ich weiß nicht mehr, was sie ihm zugeflüstert hat. Mit Mutter müssen wir Grace jetzt sagen. Ja, Entschuldigung. Die Grace, die Mutter von den Menschen, die ihn versorgen, wir sind schon wieder der Gegenwart. Genau, wir sind wieder der Gegenwart. Du hast recht, danke schön. Die flüstert ihm irgendwas zu, was ich nicht weiß. Sie wird auch unterbrochen. Wisst ihr noch, was sie ihm gesagt hat? Kanal 7. Nee, Kanal 3. Irgendwas sagt sie. Nee, ich verstehe irgendwas, keine Ahnung. Es wird bestimmt irgendwas Wichtiges, wenn man das zweite Mal gucken würde. Tatsächlich habe ich, diese Szene ist die einzige, die ich im Film nicht wirklich verstanden habe. Das ist die einzige? Also, ja, was heißt nicht wirklich? Niemand mag Angeber. Nein, da konnte ich mir keinen Reim drauf. Ich wusste nicht, wo hier die Motivation ist. Also, da habe ich ein bisschen Motivationslosigkeit. Ob sie jetzt, weil für mich hat das so gewirkt, als würde Grace auch von Roger irgendwie, als würde Roger praktisch Grace, seine Tochter und diesen Chiefs irgendwie gefangen halten. Dass es deswegen die Kamera gibt? Ja, irgendwie. Dachte ich ja eigentlich auch. Aber dann gibt es halt auch diese Szenen, wenn sie dann wegfahren, weil sie irgendwie zum Investmentbanker-Versammlung muss und Roger halt eben zur OP, da verlassen die halt auch das Haus so ganz normal. Also, deswegen hat das für mich so ein bisschen den Verdacht, sage ich mal, durchgestrichen, dass sie da auch gefangen halten würden. Und außerdem, die Tochter kann ja auch frei rein und raus gehen, wie sie erfasst. Und sie gibt ihm, vielleicht gibt die Grace ihm die Kamera, um ihm so ein bisschen, wir sehen ja, er drückt dann auf die Fernbedienung und sieht dann auch sich selbst. Und er findet dann raus, dass er auch vorspulen kann. Ja, in die Zukunft. Also, das ist ja auch in die Zukunft. Und vielleicht wollte die Grace ihm eben sagen, hier, guck mal, wenn du das benutzt, weißt du, wie dein Leben weiterverfahren wird. Und wir sehen ja dann tatsächlich die nächsten paar Minuten, sehen aber auch viele Szenen, die im späteren Film dann in den nächsten Stunden, die dann tatsächlich noch auftauchen werden. Ja. Ja. Und dann kommen wir nämlich jetzt zu der Horrorszene. Die Tochter kommt zu ihm. Feierliche Enthüllung. Wie bitte? Die feierliche Enthüllung. Die feierliche Enthüllung des Raumes, meinst du? Nee, ich wollte dir eine Plattform geben. Die kommen in den Raum von dem toten Jungen und sie, dem toten Sohn, und sie sagt, hier, komm, wir streichen das jetzt neu, streich mit, will ihn wieder voll unter Druck setzen, da mitzumachen. Er ist natürlich wieder so ein Spiel, weil er sagt, nee, Hilfe, was passiert hier? Ich bin doch nur Gast, die will das nicht kaputt machen. Sie schreibt Bohm im Pinsel an die Wand und sagt dann, du trinkst jetzt mit mir diese Farbe. Und dann fängt sie an und trinkt diese taubenblaue Farbe. Und auch das ist so eine richtige Ari-Ester-Szene, weil wenn du das einfach so erzählst oder sagst, pass auf, und da ist jemand, der trinkt dann Farbe. Das ist so etwas, wo ich, da hätte ich keine Reaktionen drauf, das wäre mir egal. Aber der inszeniert das so, dass es wirklich so unangenehm ist, weil dir plötzlich klar wird, wie widerlich und vor allem auch, sie stirbt ja auch daran. Das ist eine so famose Szene. Ja, wie es halt enden würde, ne? Ja, aber ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, so, ja, das ist ein Mädchen, das trinkt Farbe, dann würdest du nicht davon, würdest du einfach sagen, ja, ist halt doof, ne? Ja, ist halt doof, ne? Macht man sowas? Mach halt von mir aus, mir egal, aber das hat sowas, sowas, sowas Eindringliches. Aber, was er auch so schafft, viele Regisseure und Regisseuren scheitern darin, Eindringlichkeit zu inszenieren, weil es immer zu gewollt ist. Und bei Ari Aster wirkt das Bernier immer, es wirkt immer so, wie so fast schon eine Nebensächlichkeit. Es hat, es hat in den stärksten und unangenehmsten Momenten fast schon ein bisschen was von Michael Harnicke, wie ich finde. Ja, ja. Ja, du meinst, weil es auch gar nicht groß, sie kommen in den Raum und sie trinkt die Farbe dann halt, es wird nicht genau hingesumt, sondern es passiert einfach, sie ist sofort tot, ihre Augen sind rot. Und vor allem, ich hab weggeguckt, weil ich es so schrecklich fand, ja. Ja, ganz ehrlich, drehen ein bisschen hier und da was in der Tonität, nicht viel, Müh. Und es könnte eine Komödie sein. Vielleicht würde es nicht totlachen drüber, dass jemand da Farbe trinkt. Aber bei Ari Aster, der schafft das in diesem Film so grandios, der dreht den Reglern Müh nach links, es ist Horror, er dreht den Reglern Müh nach rechts, es ist komisch, nur Satire, ein Drama. Das ist, also, ja, toll. Ja, aber ihr Aussehen ist auf jeden Fall Horror. Da kommt die Mutter ja auch direkt rein, sagt, what the fuck is going on, versucht ihre Tochter zu retten, Tochter ist tot und sagt, du bist schuld, Bo, wie konntest du nur und hättest ihm, Chiefs, bring ihn um. Chiefs, wie hört sie irgendwie, äh, schlachtet den Bastard oder sowas, keine Ahnung. Übrigens möchte ich jetzt nochmal einen Gruß an die zwei Leute nach draußen richten, die sich das hier immer noch anhören und den Film noch nicht gesehen haben und sich denken, worüber reden die, ihr seid selbst schuld. Ja, wobei zum Einschlafen, keine Ahnung, wir erzählen hier einfach ein bisschen. Ich sag dir, lasst euch nicht ablenken. Das wird super erfolgreich, das wird das neue ASMR, nämlich einfach schlockerst du und Max reden über fiktive Filme, die sich ausdecken, die kliviert sind. Das machen wir jetzt öfter mal, glaube ich. Stimmt, ihr wisst gar nicht, die ihr den Film noch nicht gesehen habt, haben wir diesen Film erfunden oder ist der wirklich so passiert? Das wäre super, wenn wir den angeguckt hätten. Okay, Bo springt jetzt aus dem Fenster hinauf, aus der Tür, rennt in den Wald hinein, verfolgt von Chiefs und jetzt sind wir im nächsten Akt im Wald. Er rennt auch direkt schon mal, haben wir es wieder mit dem Kopf, er stößt sich volle Banane den Kopf an und dann ist es Nacht. Das war der zweite Akt jetzt? Genau, der zweite Akt, super. Den, äh, haben wir da einen Namen für? Keine Ahnung, Bo ist in der Familie. Du hast gesagt, Bo findet eine neue Familie? Ja. Fand ich sehr gut. Ja, vielleicht ist es so. Und ich finde, jetzt kommt ja erst, also jetzt im nächsten Akt kommt ja erst der absurdeste Teil des Films, fand ich. Wir sind im Wald, nachdem sich, wie Schlogger schon angesprochen hat, den Kopf ganz böse Aua gestoßen hat an einem Baum. Und ja, jetzt kommt die Theatersequenz, nenne ich es mal. Akt drei, oder wie ich ihn nennen würde, Bo geht zum Live-Coach. Ja, das finde ich eine interessante Interpretation, die du da aufgeworfen hast, die hätte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Tatsächlich ist mir die nur aufgefallen, weil, also Bo wird gefunden von einer schwangeren Frau, die ihm dann die Kopfwunden verarztet und ihn dann mit tiefer in den Wald reinnimmt zu dem Platz, an dem sie wohnt, sozusagen. Zu den Orphans of the forest. Genau, und als sie da reingehen, da sind doch diese ganzen Sprüchlein dann an den Bäumen, so von wegen, keine Ahnung, die dann sowieso Wand-Tattoos, lebe nicht deine Träume, träume dein Leben und sowas, so in dem Dreh. Und das ist für mich immer so ein bisschen, Entschuldigung, immer so ein bisschen das, was ich halt merke, wenn dann so Live-Coaches irgendwie, oder Leute sich auf einmal in Live-Coaches verwandeln, bloß weil sie irgendwie drei Meter grad ausgehen können. Woran ich gemerkt habe, also aus meiner Sicht, dass es etwas, eine Welt ist, in die es, obwohl jetzt abtaucht, die mehr für ihn geeignet ist, sie kümmert sich ja um seine Kopfwunde und sagt ja dann sowas wie, ja, das ist bei Kopfwunden immer so, die bluten halt stark und dann ist es ganz schnell vorbei. Und dann tupft sie da einmal drauf mit dem Tuch und dann ist die Wunde auch, also blutet nicht mehr. Im Gegensatz dazu war es ja bei Grace und Roger so, dass die Wunde andauern aufgegangen ist, wobei man da ja auch sagen kann, dass sie, dass vor allem Roger wahrscheinlich auch viel dazu beigetragen hat, dass die Wunde wieder aufgegangen ist. Das fand ich noch irgendwie einen ganz interessanten Punkt. Und was bedeutet, was deutest du da, was bedeutet das für dich, dass die Wunde da so schnell heilt? Dass es vielleicht in dieser Welt, in der er jetzt ist, dass es dort vielleicht für ihn besser ist, dass es mehr nach seiner Kragenweite läuft. Dass es eine Welt ist, in der er sich wohl fühlt, in der er Geborgenheit vielleicht spürt. Ja, kommen wir, kommen wir. Weil er ja in der zweiten Episode in dieser Welt ja trotzdem immer auch wirkte wie so ein Fish out of Water. Ich frage mich gerade, ob er sich nicht automatisch bei Müttern geborgener fühlt. Na okay, eigentlich müsste er sich überhaupt nicht geborgen fühlen. Ja, aber er ist ja so konditioniert, dass er sich bei seiner Mutter geborgen fühlt. Aber, aber es ist ja zumindest so, dass, war es nicht so, dass seine Mutter später auch zugibt, dass sie die Schwangerschaft genossen hat? War das nicht so? Ja, es wird zumindest mal erwähnt. Was heißt zugeben? Also ich habe meine Schwangerschaften auch genossen. Ist das was, dass man zugeben muss, dass man das bekommt? Nein, aber sie sagt ja auch später im späteren Verlauf auch böse Sachen zu ihrem Sohn. Aber ich meine, dass sie mal sagt, die Schwangerschaft fand sie toll. Vielleicht, dass er deswegen mit der Schwangeren jetzt im Wald mehr was anfangen kann, als mit der Mutter wie Grace, die halt eben schon eine, wie soll ich das sagen? Die schon eine kaputtere Mutter ist. Okay, ja. Weil die hat ja schon einen Sohn verloren, also quasi wie, wie auch Mona Wessermenschen quasi einen Sohn verloren hat, nämlich Bo. Also an die Angst. Also Gott, ich fange jetzt wieder an. Jetzt, jetzt kommen wir aber tief rein. Jetzt, jetzt gehen wir tief, ja, ja. In den Freud. Also wir kommen jetzt, er folgt dieser schwangeren Frau zu den Orphans of the Forest, eine reisende Theatergruppe. Sie bauen auch offensichtlich gerade ein Theaterstück auf. Die sind auch gar nicht weird. Die sind auch gar nicht weird. Nee, da sind halt Leute, da sehen wir halt jemanden, einen älteren Mann mit einer Zigarre im Mund, der als Wespe verkleidet ist. Also die laufen da in Verkleidung rum. Ich fand es auch richtig cool. Wir werden nämlich gleich das Theaterstück sehen, dass man am Vorbeilaufen an der Bühne schon die Requisiten und die Teile wirklich sieht, die dann auch in dem Theaterstück am Anfang verwendet werden. Das fand ich total cool, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ja. Also sowieso, das ist halt sowas, was schwärmerisches, was träumerisches und Ari Aster hat mal vor ein paar Jahren, ich glaube nach Midsummer, gesagt, sowas kann man von seinem nächsten Film erwarten. Da hat er gesagt, Nightmarish Comedy, das trifft zu. Und er meinte aber auch, glaube ich mal, dass er es wie Midsummer haben will, dass er so eine Art Wizard of Oz for Perverts, auch das trifft irgendwie zu, finde ich. Ja, jetzt wahrscheinlich der Teil am meisten. Wir kommen jetzt zu diesem Theaterstück. The Wizard of Bo, ja. Und du, Max, du hattest es ja auch mal übertitelt, diesen Akt als, was hast du gesagt, Bo kriegt einen Lebensentwurf. Das fand ich ja auch ziemlich cool. Wir sehen, das Theaterstück, es geht los und ab irgendeinem Punkt, es fängt an mit dem Protagonisten, das ist irgendein Typ, der das halt spielt, dessen Eltern gestorben sind. Und der dann gerne in die Welt rausziehen möchte, aber gefesselt ist und sich dann von dieser Fessel befreit und rauszieht in die Welt und dann ist es plötzlich Bo. Ja, also der Bo als Zuschauer verwandelt sich dann mehr oder weniger als Bo, der Protagonist. Und was auch so fantastisch ist, um nochmal Phoenix Schauspiel darzustellen, wenn er da sitzt und dieses Theaterstück sieht und man sieht an seiner Mimik, dass er sich von diesem Theaterstück komplett verstanden fühlt. Also seine Mimik, so sieht jemand aus, der sich einfach fallen lassen kann. Oder der so die ganze Zeit nicken möchte und sagen, ja man, yes und so. Das ist mein Leben, das ist mein Leben. Das ist genauso wie bei, wie heißt es, Journey, Don't Stop Believing und du stehst da und sagst so, der Song geht über mich, das ist meine Geschichte. Das ist so. Ja, aber, also wir sehen ja jetzt dieses Theaterstück und das war so absurd, weil da passiert jetzt so viel, also es wird jetzt diese Geschichte erzählt und alles mit so einem künstlerischen Hintergrund. Wir haben Animationen, es ist gemalt, wir haben Puppen, alle außer ihm tragen Masken. Es ist wie ein Theaterstück dargestellt und es passiert so. Also das ist einfach nur visuell unglaublich geil, Props an die, wie sagt man, ans Produktionsdesign, allein dafür müssten die eigentlich für einen Oscar nominiert werden, von dem her. Ja, es sieht also fantastisch aus und ich fand das auch so schön, also ich hasse dieses ASMR, oder wie das heißt, finde ich furchtbar. Aber wenn diese Geschichte erzählt wird, mit diesen Bildern, wo wir halt eben wirklich einen, wie ich finde, sehr gut gealterten, also gut geschminkt gealterten Jürgen den Phoenix sehen, das war so eine richtig schöne Märchenstunde. Das hatte fast schon was so wie, das ist so Wärme nach Kakao als Geschichte. Ich konnte mich da richtig so einlümmeln. Ja, aber er fühlte sich, aber Bo fühlte sich ja jetzt auch das erste Mal geborgen und verstanden. Genau, also wir haben ihn, er findet einen Ort, an dem er sich wohlfühlt, ein Dorf, er lernt eine Frau kennen, er kriegt drei Söhne, an die er sein Wissen weitergeben kann. Also so den Lebenssinn für viele Leute, bis dann eben diese Flut kommt, ihm alles wegnimmt, er ist wieder alleine, er findet das Dorf nicht mehr, findet seine Kinder nicht mehr, kommt an einem Dorf vorbei, die denken, die ihn auch noch für irgendwas anklagen, dass er ein Feuer gelegt haben soll, befreit sich aus dem Gefängnis, läuft und läuft und läuft und wird dann eben alt. Oder kurz gesagt, Ari Esthers Variation der Flüchtlingskrise oder der Thematik des Flüchtlings. Ist doch so, sorry, aber ich dachte, das ist so sein Kommentar auf diese ganzen Geschichten von wegen diesen armen Leuten, die sich übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu retten. Also, oder in dem Fall wird es wahrscheinlich dann eher von Kuba nach Florida oder von, ja. Aber für mich, jetzt muss ich kurz reingrätschen, weil für mich ist das alles jetzt hier so ein bisschen Symbol für was, also wenn man jetzt nicht unbedingt in die Gesellschaft reinpasst. Dann kann ja, und ich finde, so ist das jetzt auch dargestellt, Bo passt ja eigentlich nicht in die Gesellschaft rein, der ist ja jetzt kein, in Anführungsstrichen, normalo, mit einem normalen Job und so ein ganzes Ding, sondern der ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen angeschlagen sozusagen, tut sich schwer mit Society und allem. Was macht es mit so einem Menschen, wenn der normale gesellschaftliche Entwurf von dir nicht erreicht werden kann? Und so beginnt ja diese Geschichte. Die wird ja, die wird ja erzählt von wegen, wie stellt sich die Gesellschaft eigentlich ein erfolgreiches Leben vor? Wie, was muss ein Mann tun, um ein erfolgreiches Leben zu haben? Dann muss er das und das erreichen, dann muss er eine Frau finden, dann muss er seine Kinder zeugen, dann passiert das und das. Die Kinder, die werden so und so. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen so ein Knackpunkt ist in dem Film, weil, ja, er eigentlich im Prinzip weiß, dass er diese Normen niemals erfüllen kann. Ja, er wird, er hat keinen Job, das wird im Film niemals, oder wir wissen nicht, ob er einen Job hat, das ist nie Thema. Er wird niemals Kinder kriegen, weil er sich ja niemals trauen wird, Sex zu haben. Gott, wo ist ihm handelt von mir? Was passiert denn, als er alt wird und er liegt? Dann passiert doch irgendwas, da kommt doch jemand zu ihm und ich weiß, es war ein wichtiger Satz, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was dann gesagt wird. Wie er es dann plötzlich schafft, dass er dann doch wieder sein Dorf findet. Diese komische Engelsfigur mit dieser sehr creepigen Maske, wie ich finde, sagt, glaube ich, paraphrasiert so viel wie, jetzt hör mal auf, in deinem Selbstmitleid zu baden. Genau. Weil du bist so mit deinem Selbstmitleid beschäftigt, dass du ja gar nicht gesehen hast, dass auch du gesucht wurdest. Und das gibt ihm irgendwie so ein bisschen die Kraft, dass er halt eben schläft und dann wacht er auf und ist dann plötzlich wieder an dem Dorf, wo er seine Familie einst verloren hatte. Und ja, wird wieder vereinigt mit seinen zwei oder drei erwachsenen Söhnen mittlerweile. Und wie bedeutet dir das, diesen Satz? Ja, darf ich da Kurt Krömer zitieren, der ja auch jetzt öffentlich zugab, halt an Depressionen zu leiden und der dann auch irgendwie meinte, naja, als Familienvater hatte er irgendwann mal so einen Moment, an dem er wusste, dass er was machen muss gegen seine Depression. Und das war dann so, dann hat er seine Kinder irgendwie in die Schule gebracht und ist dann heimgefahren und sich wieder ins Bett gelegt. Und zwar so lange, bis er seine Kinder wieder aus der Schule abholen musste. Und dann hat er irgendwann mal gemerkt, pass mal auf, ich kümmere mich eigentlich überhaupt nicht um die Kinder. Es geht die ganze Zeit nur um mich, 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 mich. Mir geht es schlecht, mir geht es schlecht, mir geht es schlecht. Und diese Erkenntnis als Depressiver zu haben, ist halt der erste Schritt, dass du anfängst, etwas mit dir zu machen, damit du wieder in eine normale gesellschaftliche Struktur kommst. Also, dass du wieder funktionieren kannst unter Leuten. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, als er das gesagt hat, oder als ich das gelesen habe, weil es halt einfach stimmt. Du bist, ohne dass du es jetzt böse meinst, wenn du dich deiner Depression ergibst, eigentlich ein total egoistischer Mensch. Weil du jede kleine Veränderung in dir, alles, was du spürst, was irgendwie sein könnte, dass es dich schlecht fühlen lässt. Du beziehst alles nur noch auf dich und es geht nur noch um dich. Ich habe jetzt keine Ahnung, fünf Herzschläge mehr in der Minute. Ich sterbe oder sowas. Also, dass man, dass man auf einmal aufhört, Entschuldigung, dass man auf einmal aufhört, sich um andere zu kümmern, ohne dass man das eigentlich wollen würde, weil man ja trotzdem ein relativ empathischer Mensch ist. So, jetzt. Tatsächlich, also vielen Dank. Also, ich habe es nicht so gesehen, aber passt. Es wirkte gerade auf mich so, als ob du so eine Tür aufgemacht hast. Ich so, ja stimmt, scheiße. Ja, also ich finde es auch, du hast ja schon im ersten Akt dieses Thema Egoismus von psychischen Krankheiten angesprochen, was dazu ja dann auch passen würde, als wäre das so ein Schlüsselmoment in dieses, ja, vielleicht hilft es dir, von dir wegzudenken und dein Mindset wieder zu öffnen. In dem Fall, ja klar, wenn du Kinder hast, ist es nochmal was Krasseres, weil die von dir abhängig sind und auch ohne Kinder in dem ersten Akt von dir wegzukommen und mal ein bisschen breiter zu, also ich kann ja jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, deswegen möchte ich mir das nicht anmaßen, da irgendwelche, wir versuchen ja nur das zu deuten, was da jetzt der Schlüsselmoment sein könnte, dass es vielleicht dann wirklich hilft, zu sagen, ich muss ein bisschen weg von mir. Wobei, du musst ja sagen, Schlüsselmomente sind ja für jeden individuell. In dem Film jetzt, weil wir sehen es an der Figur, meine ich genau. Er kommt ja dann in sein Dorf zurück und da wird ein Theaterstück aufgeführt, in dem die drei Söhne auf der Bühne die Geschichte gerade erzählt bekommen, die wir gerade sehen. Inception! Und dann kommen sie von der Bühne runter, sehen ihren Vater, umarmen sich und die Mutter ist egal, oder was heißt sie ist nicht egal, sie ist auf jeden Fall nicht in der Szene vorhanden, keiner weiß, was mit ihr passiert ist, aber Söhne und Vater, Familie, er ist wieder mit seinen Söhnen vereint mit seinem Lebenssinn. Findet ihr es auch, wie soll ich es auch sagen, komisch bezeichnend, so durch das aus, dass es nur, er hat nur Söhne und seine Frau, die Mutter ist auch nicht existent, dieser Söhne, also ist nicht mehr da. Es ist nur wirklich Vater und seine Söhne, wieder so dieses Männlichkeitsding, aber auf eine nicht so penetrante Art und Weise, es geht dieses Mal nicht darum, dass er dicke Eier hat. Also ich finde, dass dieses Thema Männlichkeit, ich würde gar nicht sagen, dass es per se so um Männlichkeit geht, sondern vielleicht einfach um eine Art von Stärke, eine individuelle menschliche Stärke, die Bo einfach nicht hat. Vielleicht ist es ja, ich greife vorweg, die Stärke, die in seiner Kindheit auf dem Dachboden gelandet ist, aber dazu später mehr. Ja und da kann ich auch, in der ersten Szene sehen wir auch eine Werbung im Fernsehen, wo es irgendwie darum geht, ja für die sensible Männerseele, wo man so das Gefühl hat, okay diese Werbung würde es in unserer echten Welt, in Anführungsstrichen, würde es die nicht geben, weil ein Mann niemals so als schwach und sensibel dargestellt werde. Und da kommt ja dieses ganze Thema auch, dieses Männlichkeit heutzutage, dass der moderne Mann ja sich total verloren fühlt, weil er nicht mehr Feuermachen Tür aufhalten darf, sondern jetzt auch noch Rücksicht auf andere Menschen nehmen muss und mal kurz nachdenken muss, bevor jemand hinterher pfeift. Und nochmal seine, wie heißt das, Zahnseide, die er jetzt zurückholt, die heißt ja auch was mit Gentle und da gibt es auch überall die Werbung zu und es ist ja auch bezeichnet, dass er diese Zahnseide hier so etwas Unmaskulines ist, zumindest von dem Produktnamen her, das ist ja gerade das, was er holt und das dazu führt, dass ihm der Schlüssel geklaut wird, aber jetzt greife ich zurück und nicht vor, sorry. Ja, aber das gehört alles dazu. Genau, dann sind wir ja nach dieser Szene wieder im echten Wald, also Bo ist wieder Zuschauer. Ich würde aufpassen mit dem Wort echt in diesem Film. Wir sind wieder im Wald, Bo ist wieder Zuschauer und dann offenbart sich ihm ja ein Mann in der Reihe nebendran, der sagt hier, ich kenne dich oder ich weiß nicht mehr, was er genau sagt. Auch wieder eigentlich ein Comedian. Alle Nebendarsteller sind eigentlich hauptberuflich Comedians, fällt mir gerade drauf. Das war die Szene, mit der ich am Anfangszeichen wenigsten anfangen konnte, die weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso der auf einmal da war, ja. Der ist dann auf jeden Fall da und Bo denkt irgendwie sofort, der Typ ist sein Vater, also auf den Frichter springt er sofort. Vielleicht unter Umständen ist es so, jetzt kommt eine sehr krude, offene Interpretation, die mir auch gerade erst eingefallen ist und zwar, vielleicht hat er durch dieses Augenöffnen des Theaterstücks irgendwie fängt er das erste Mal an, seine Mutter zu hinterfragen, ob die ihm vielleicht nicht die ganze Zeit Bullshit erzählt hat. Das kann durchaus sein, ja. Ich meine, wie könnte man es am ehesten darstellen, als dass man sagen wird, es gibt eine riesige Lebenslüge und das ist eben diejenige, als sein Vater tot ist. Aber das wäre ja schon irgendwie da traurig, weil ich hatte das Gefühl, in diesen Momenten, in diesem Theater, ist Bo wirklich mal bei sich und seine Mutter spielt überhaupt keine Rolle. Und dann kommt dann halt eben sein angeblicher Vater und diese angebliche Lebenslüge und schon ist sie wieder zurück. Ja, aber der wird, Ari Aster will einfach auch nicht, dass es ihm länger als eine Minute gut geht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, am 1. April hatte der Film in seiner Premiere, da wurde er eingeladen zum Directors Cutscreening von Midsommar und der Scherz war aber, dass sich stattdessen Boris und Fred gezeigt haben und Emma Stone hat danach ein Q&A moderiert mit Ari Aster und sie hat halt irgendwie, als erstes, was sie gesagt hat zu ihm nach dem Screening, sag mal, Ari, kann es sein, dass du den Typ nicht magst, dass du Bo nicht magst? Und ich glaube, seine Resonanz war darauf so, yes, fuck him. Nein, ach, der arme Bo. Also ich glaube tatsächlich, dass Ari Aster einen sehr schwarzen Humor besitzt. Wer seine Filme kennt, wird mir da, glaube ich, zustimmen. Aber irgendwie bin ich mir auch unsicher, ob er, also er hat nicht nur Mitleid für ihn, er lässt ihn auch, glaube ich, gerne leiden. Ich meine, das wäre auch falsch, wenn er das machen würde. Also ich meine, wenn ein Stück von Bo in ihm selbst ist, sag ich mal, und er ja praktisch Bo benutzt hat, um seine, sag ich mal, mentale Unfitness ein bisschen von der Seele zu schreiben, dann muss er mit ihm aber auch hart ins Gericht gehen. Aber andersrum, wenn wir jetzt vorhin die Schlüsselsequenz, zumindest in dem Film für Bo haben, dass er mal von sich wegkommen soll und auch seinen Horizont erweitern soll, dann passt es ja, fuck him, denk nicht nur an Bo, nicht nur Mitleid mit sich selbst haben, der Aster, nicht nur mit mir selbst, sondern ich muss auch an andere denken. Ha, da passt nämlich eins zum anderen, liebe Freunde. Sehr gut. Und jetzt stelle ich mir auch noch die Frage. Sherlock Schlogger. Schlogger Holmes. Nee, aber was wir ja auch noch nicht erwähnt haben, ist, es gibt ja jemanden, der diese Theatergruppe gegründet hat. Und das ist ja der alte Bo, der oben im Baum sitzt und die ganze Zeit alles ansieht. Er sieht ihm zumindest sehr ähnlich. Man sieht sein Gesicht doch nie genau, oder? Ich glaube, es ist er. Es ist wirklich dieser alte Bo. Okay, ich habe das immer als, auch ähnlich wie Schlogger, ich habe ihn auch nie richtig zu 100% erkannt, aber es macht natürlich Sinn. Gut, das ist mein Bill Hader-Moment. Mein Bill Hader-Moment zählt doppelt. Ja, der war geiler, weil es halt Bill Hader ist. Ja, aber ich glaube, dass das jetzt auch vielleicht, keine Ahnung, das sind so diese Feinheiten, diese Details. Vielleicht, vielleicht bedeuten die Ari Aster mehr als jetzt uns. Allerdings, dieser Moment, wenn er dann mit seinem angeblichen Vater redet, was da vorher ganz kurz kommt, ist, wir sehen halt, dass Jeeves mit diesem GPS-System, weil Bo hat ja immer noch diese Fußwessel an seinem Bein, diesem Camp gefährlich nahe kommt. Und es ging mir so, mir war klar, jetzt kommt irgendwas Böses, also ich habe damit gerechnet, dass jetzt rauskommt, ja, das ist sein Vater und sie wollen sich gerade umarmen und dann bekommt er vermutlich die Kugel in den Kopf sofort, weil dieser Jeeves ja immer näher kommt. So kommt es nicht, aber Jeeves räumt mit diesem Camp dann schon durchaus auf. Sehr rigoros. Sehr rigoros, allerdings, das ist auch eine relativ brutale Szene. Also ich würde nicht sagen, dass Bo is the Red ein blutrünstiger Film ist, aber er hat so seine ein, zwei Gewaltspitzen. Ich muss aber sagen, ich fand es sehr lustig, wie sich Jeeves es schafft, sich selbst zu erschießen. Und zwar nicht nur einmal, sondern dutzende Male, wenn er auf sein eigenes Sturmgewehr fällt. Ja, und nochmal ganz kurz, es ist nie klar, dass das sein Vater ist. Also es denkt Bo, der sagt jetzt nicht, ja, ich bin dein Vater, lass uns umarmen, sondern das ist einfach, da geht er gar nicht drauf ein. Also das wird nie bestätigt. Und dann explodiert er ja einfach, weil irgendeine Mine geworfen wurde, eine Bombe. Und dann kommt eben der Jeeves mit seinen 5000 Waffen und fällt dann auf sein Sturmgewehr und schießt durch seine Brust durch noch jemanden hinter sich rum. Das war, ich glaube, alleine dieser Jeeves ist halt auch, also ist so ein Biest, aber der ist halt auch von der Körperfülle jemand, wo man auch nicht glaubt, dass der wirklich jetzt drei Stunden lang durch den Wald rennen kann. Und dann kommt Bo, rennt weg, ist an der Straße und wird per Anhalter... Nach Watertown oder wie das heißt, Wassertown. Aber ganz ehrlich, das hat mich komplett irritiert. Er rennt auf eine Straße, die ist einigermaßen viel befahren. Er sieht aus wie Hulle, streckt den Daumen einmal raus, Schnitt, da nimmt ihn jemand mit und setzt ihn auch einfach vor. Also du siehst, wie er in Wassertown oder Wassertown einfährt und dann setzt ihn vom Haus der Mutter ab. Und das war's. Und ich dachte so, ach, das geht also doch. Das ist einfach was, in Anführungszeichen, Normales erleben kann, ohne dass die heile Welt... Aber das ist auch das Schöne, ganz ehrlich. Da hätte ich jetzt auch nichts anderes gebraucht. Aber wenn wir jetzt die Theorie haben, dass der diesen Schlüsselmoment hatte und dann auch die Welt ein bisschen klarer sieht, dann passt es doch dazu. Er sieht plötzlich seinen Vater, hat gerade seine große Lebenslüge, ist ihm ein bisschen klar geworden, dass die vielleicht gar nicht stimmt. Hinterfragt seine Mutter, kann einfach per Anhalter wirklich mal diesen Weg zum Haus seiner Mutter gehen. Dann kommt er ja bei Mamas in dem Haus seiner Mutter an und wie er sich da verhält, würde ja auch dazu passen, dass er so ein bisschen bewusster sich jetzt verhält, oder? Ja, also ich finde, er kam zur Ruhe, weil er halt ein paar Erkenntnismomente hatte. Das Schöne ist ja, wenn du Angstzustände hast oder Panikattacken, dann hast du ja immer Angst vor Dingen, von denen du gar nicht weißt, ob die überhaupt passieren werden. Und deswegen ist so eine Sicherheit, die gibt einem praktisch ja Boden unter den Füßen sozusagen. Und die Sicherheit ist eben das, was er in diesem Moment eben in diesen drei, vier Minuten dann auch irgendwie ausstrahlt, dass er dann sagt, okay, jetzt habe ich hier so ein Konstrukt und an dem kann ich mich orientieren. Welches Konstrukt ist das, denkst du? Ja, dieses Konstrukt ist so diese Erkenntnis, die er halt dann irgendwie hatte, sozusagen, dass er da jetzt irgendwo so einen augenöffnenden Moment hat. Ich weiß nicht, wie man das jetzt… Aber ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, ich hatte ja auch meine persönlichen Erfahrungen mit Ängsten und du hast, wenn du Angst hast oder solche Panikattacken hast, es gibt auch immer so Momente, wo du relativ im Reinen bist. Vor allem bei mir war es so, wenn du etwas Schönes erlebt hast und obwohl er natürlich gerade aus der fast schon traumatischen Erfahrung rauskommt, dass davor war ja wirklich… Also das war ja schon fast die Episode, die am nettesten zu Bo war. Ja. Also er hätte ja wirklich in diesem Fall bleiben können, wenn nicht dieser Stiefs gekommen wäre, was ja auch wieder klar macht, dass die Vergangenheit einen dann doch halt immer wieder einholt. Ja, und dann hat er aber den Pumpenangriff überlebt. Ja. Ja, und dass das Theaterstück ist halt ein Theaterstück, das muss irgendwann enden. Also dass er dann auch weiß, das, was ich hier sehe, das ist nur eine Geschichte, aber es ist trotzdem schön, dass er mit seinen Söhnen vereint wird. Das macht ihr dann, oder? Ja, dieses so, du hast halt manchmal auch, wenn es dir nicht gut geht, immer auch so Momente, die schön sind. Du triffst dich mit Freunden oder du erlebst irgendwas Tolles und glaubst dann, dass es dir gut geht, nur um dann halt wieder relativ entweder brachial oder wieder Stück für Stück wieder in diesen Sumpf zurückzulangen. Okay, also er kommt in einem Haus seiner Mutter an, die Beerdigung, also er sieht, dass da Leute, die ein Beerdigungsinstitut haben, rumwerkeln. By the way, der Kettro hat das geilste Motto aller Zeiten, Futter, das beste Futter für ihre Beerdigung oder so, großartig. Futter für die Trauernden. Genau, genau. Schiefer irgendwas, Futter für die Trauernden. Okay. Und der kommt da hin und es ist, die fragt danach und die Beerdigung ist schon vorbei, sozusagen. Also er kommt hin, während alles, es ist auch niemand mehr da, bis auf die Leute, die eben gerade aufräumen. Er kommt in das riesige Haus seiner Mutter rein. Man sieht auch, es wird da nochmal bestätigt, die ist auf jeden Fall wohlhabend. Wir kommen rein, es läuft irgendeine Tonspur ab, die, also die Beerdigung wurde aufgenommen und es wird nochmal abgespielt, in der auch ganz klar gesagt wurde, dass der Sohn sich wohl für besser hält und heute nicht hier war und wird nochmal auf ihm rumgehackt. Und wir sehen auch den Sarg, den offenen Sarg noch da drin liegen, in dem auch die Leiche liegt, ohne Kopf. Und was wir auch noch sehen, das fand ich auch sehr lustig, aber auch sehr bezeichnend, wir sehen die Stelle im Haus, wo der Kronneuchter angeschlagen wird. Und da ist dann so eine Gedenktafel, so eine kleine Marmortafel. Hier wurde Mona Wasserman der Schädel zerquetscht. Und ich fand das zum einen wirklich sauerlustig, aber zum anderen so, Gott, das ist nochmal alles, um Wohnzutat zu machen. Hier ist es wirklich makaber, aber auch wirklich toll. Oh Mann. Und wir haben auch ganz viel Einblick in, er läuft dann ja durchs Haus durch und wir haben ganz viel Einblick in die Firma der Mutter. Also wir sehen, er läuft dann durch ihr Büro, da sehen wir auch, dass ihr das Haus gehört, in der Bo wohnt. Wir haben ein Foto von aus oder dass sie es kaufen wollte. Wir sehen ein Porträt von ihr, was aus ihren ganzen Angestellten dargestellt ist, wo wir auch sehen, dass die zwei aus Akt 2, also Roger und Grace, dass die auch für die Firma arbeiten. Wir sehen ganz viel Werbung für Pharmazieprodukte, die mit Fotos von ihm als Kind gemacht wurden. Das allergische, picklige Kind. Genau, wo die Akne eines Pubertierenden ausgenutzt wurde und irgendwie auch lächerlich gemacht wurde für dieses Produkt. Es hat mich irgendwie ein bisschen an Gone Girl erinnert, wo ja auch das Gone Girl, sag ich mal, auch als Kind von ihren Eltern irgendwie, sag mal, missbraucht worden ist als Material, um darüber zu schreiben. So kam es mir auch vor. Und dann steht ja irgendwann, kommt Elaine rein. Genau. Und die beiden geben sich zu erkennen. Er sagt, ja, ich habe ja auf dich gewartet, hast du doch gesagt, ich soll warten. Und sie erfüllt halt dann seinen Wunsch. Ganz gut, da fand ich es aber auch wichtig. Und sie fragt ihn dann nämlich auch, soll ich mit reinkommen oder soll ich gehen? Da ist wieder so ein Moment für mich, wo es um Entscheidungen geht. Stimmt. Und dann ist kurz Pause und dann entscheidet sie es quasi. Also es ist auch wieder so wie in dem Haus. Es wird gefragt, sollen wir jetzt zu deiner Mutter fahren oder nicht? Es wird ihm die Entscheidungskraft gegeben und es wird dann aber für ihn entschieden. Ja. Das stimmt. Sie geht mit ihm rein, genau. Ins Haus, ins Schlaf, ins Bett der Mutter. Ja. Der beste Ort, um Sex zu haben, wirklich. Ja. Ja, man weiß, auf was es rausläuft. Und wir wissen auch zu dem Zeitpunkt, dass Bo wohl sehr geladen ist. Aber auch geladen mit Angst, dass er denkt, er stirbt, wenn er kommt. Also wir haben jetzt hier so einen, ich würde sagen, für Zuschauer und Zuschauerinnen schon einen Moment, an dem man dann vorn auf der Stuhlkante sitzt und sich überlegt, was wird jetzt passieren. Wobei er mir auch hier unglaublich leid tat, wie der Kudos an den Phoenix, weil wenn er dann im Bad steht und so vom Spiegel steht und diese Unsicherheit und er will. Ach, der echt an Boogie Nights bei der Dingsbums, wie er da vorm Spiegel steht. Nee, also für mich war das so, also zum einen fand ich, dass er es gut rübergebracht hat, dass er schon so ein bisschen, er war so, weil ich glaube, dass ihm Elaine auch was bedeutet und ich glaube, dass er das vielleicht auch so eine Art Fantasie ist, die er jetzt Realität wird, dass er mit ihr schläft oder zumindest, dass er bei ihr sein kann. Gleichzeitig durch das, was ihm die Mutter halt eingeregt hat, hat er auch echt Schiss. Und er traut sich ja auch nicht, Nein zu sagen, ne? Ist halt so, willst du Ross mit das Roulette spielen? Äh, 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 ja. Er zieht sich ja nicht aus. Also er, da sieht man, dass er sich nicht eindeutig für den Sex auch entscheidet. Ja. Aber sie zieht sich eindeutig aus. Sie zieht sich eindeutig aus. Sie macht auch eine Playlist an. Genau. Ich hab ganz ehrlich, ich war noch nie Fan von Mariah Carey, aber dieser Song dazu passte echt ganz gut, weil der so, also es war so ein Kuschelrock-Song, aber die Szene dazu, die Sexszene dazu war auch wieder so absurd kurios. Und da muss ich auch sagen, da finde ich auch Ari Aster halt als Filmemacher dann wieder so genial. Erst steht er da vor dem Spiegel, nestelt sich so ein bisschen am Pyjama rum, den er eigentlich dann die ganze Zeit trägt, keine Ahnung wieso, geht dann, geht dann zurück ins Bett oder ans Bett und sie fragt ihn, willst du dich nicht ausziehen? Und er halt auf der Stelle wie so ein kleiner Junge dreht um, ach nee, klar, ja, mach ich. Genau, ja. Das ist auch wieder mit Entscheidungen, da werden wir noch im letzten Akt ja noch drauf zu sprechen kommen. Ja, gut. Aber jetzt haben sie dann erstmal Sex. Genau, sie haben tatsächlich Sex. Und es ist nicht so, wie wir das aus jeder Teenie-Komödie und jedem, dass der Mann sagt, nicht so schnell, nicht so schnell, ich komme, weil der Mann Angst hat, dass er kommt, weil es dann zu Ende ist, sondern der Bo hat einfach fucking Angst, dass er einfach stirbt. Das ist so wie bei der Spinne vielleicht. Ja. Ja, aber wir dürfen auch das sagen. Stimmt, bei der Spinne, also bei einigen Spinnen, Schwarze Witwe oder so, ist es doch so, dass sie das Männchen dann auch verzehren. Ja, das Männchen hat einmal seinen Spaß und dann ist tot. Boah. Ja, aber er denkt ja, dass er, Moment, aber bei den Spinnen wird die doch gefressen dann. Ja, gut. Also nicht bei allen Arten. Nicht bei allen Arten, aber ja. Aber wir dürfen jetzt ja sagen, Bo kommt dann und da habe ich mich richtig für ihn gefreut, wie er dann realisiert. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass er kommt, das ist natürlich schön, dass da wir ruhig haben. Schön für ihn. Gut, gut für you, man. Aber dass er, wie er dann realisiert, ja geil, ich lebe noch. Und das war jetzt auch wieder so ein echt so ein Dick-Move vom Regisseur, weil da hast du diesen einen Moment, wo du dich wieder für ihn, weil ich fand es ja auch für ihn schön, weißt du, er hat Sex mit der Frau, die er wahrscheinlich auch liebt oder sehr, sehr mag. Bisschen Normalität. Bisschen Normalität. Es ist eine Intimität. Es ist alles okay. Sie reitet ihn natürlich, müssen wir auch noch kurz sagen. Sie reitet ihn natürlich nicht oben, genau. Sie ist oben. Das heißt, sie hat die Kontrolle, das ist auch wichtig. Es hat mich auch ein bisschen erinnert, ich weiß nicht warum, aber davor, vor einer halben, dreiviertel Stunde, diese Szene, wo Kleinbo von seiner Mutter diese Geschichte erzählt bekommen, wie er gezeugt worden ist. Nur da war es ja andersrum. Da lag der Vater ja auf ihr, sagt sie. Aber irgendwie kamen da Flashbacks, egal. Und dann passiert das, was glaube ich, ich bin nicht so der Experte bei Sex, aber ich glaube, das ist eher selten, dass die Frau einfriert. Also quasi als ob man bei einem Video auf Pause gedrückt hat, auf Trump-Bild, bleibt sie dann plötzlich so. Ja, sie ist ganz kurz, er kommt und dann sagt sie, ich will auch noch kommen, besorgt sich selbst auf ihm und dann, nachdem sie gekommen ist, ist sie dann tot. Eingefroren. Also tot, ja, aber gleich in die Totenstarre, gleich übergegangen. Ist es vielleicht so ein bisschen wie bei Harry Terry, dass der Dämon einfach übergegangen ist auf sie und jetzt ist er gestorben? Bei It Follows, der Sexdämon? Ja, genau, genau. Oh, das ist der Sexdämon von It Follows, glaube ich, klaro. Wow. Ja, okay, also es ist total absurd. Die Frau ist nicht nur gestorben, sondern eingestarrt. Sie kippt zur Seite runter, Bo ist wieder weg von Normalität und dann kam was, was ich wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit überhaupt nichts mehr gerechnet. Ja, okay, mit mir kann sowieso nicht, aber das war dann so, what the hell? Ich fand das visuell einfach nur so komisch, wenn diese, man muss ja sagen, der Film hat wirklich sehr viele Tableaus, so Szenen, die auch wirklich lange dauern. Und dann siehst du halt diese Frau, wie sie da wirklich starr in einer komplett komischen Pose liegt, wirklich eingefroren und hinter dem Bett siehst du dann ganz langsam seinen Kopf so hochkommen und es tut mir leid, aber ich fand das irre lustig. Es sieht einfach so unbeholfen aus, also tapsiger. Der tapsige kleine Bär, da gibt es wahrscheinlich irgendwo so in der ARD gibt es so eine Sendung, wie heißt dieses Eichhörnchen, Liebpferd und Co. Und den, der tapsige kleine Bo hat gerade festgestellt, dass die Frau, die er sein ganzes Leben lang liebt, von ihm totgefickt wurde. Und so lustig die Szene finde, sie wechselt dann recht schnell zu einer Situation, zu einer Szenerie, die für mich auch wieder, ähnlich wie mit der Badewannenszene, auch wieder so einen Horroranteil hat, weil dann kommt ja ein Hausmädchen und ein Chauffeur oder sowas rein und tragen diese Frau raus, die wirklich immer noch stark ist und das wirkt so irreal. Sie sieht aus wie eine Skulptur bei Clockwork Orange, wie sie rausgetragen wird. Und dann sagt doch jemand, werft sie Harry zum Fressen vor oder so. Der hat auch Hunger oder sowas, Harry muss noch was fressen. Ja. Wir wissen ja noch gar nicht, wer Harry ist, ne? Ich hab keine Ahnung, wer Harry ist. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wer Harry ist. Ich glaube, Harry ist halt so ein Tätel. Wer hat das denn gesagt? Mona Wasserman. Genau. Seine Mutter, seine Mutter lebt noch. Es war nur eine fiese Psycho-Falle. Weil sie genau wusste, er kommt nicht, weil er seine Schlüssel verloren hat. Genau, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Und was macht man da als Mutter? Man lügt noch mehr. Normale Mutter, man sagt, man tötet, man faked seinen Tod, dass man von einem Kronleuchter erschlagen wurde, damit der Sohn, und dass man im Testament verfügt hat, dass der Sohn kommen muss zur Beerdigung. Ganz klar, das würde jede normale Mutter tun. Und da fand ich auch cool, die Leiche gab es ja wirklich. Und die Leiche war ja die, der Martha, die der Martha, der Hauskeeperin. Dann wird die Mutter, macht auch keinen Hehl daraus, sagt auch ganz klar, ja, ich habe ihr versprochen, dass ich ihre Familie versorge und der Geld gebe. Sie hat sich quasi mir aufgezwängt, dass sie das machen darf. Und da fand ich richtig toll, das hat nicht zu Bo gepasst, fand ich, dass Bo dann wirklich sagt, ja, ich wusste, dass du nicht tot bist, weil ich habe an der Leiche das Muttermal erkannt, dass das Martha ist. So ganz abgeklärt, ist erst mal abgeklärt, es passt nicht zum restlichen Bo, dann sehen wir was, was wir vorher nicht wussten. Also Bo, unser Protagonist, aus dessen Augen wir den Film sehen, hat was im Film gesehen, was uns aber nicht direkt gezeigt wurde. Und das spricht für mich auch ein bisschen dafür, dass er da so ein bisschen mehr mutig oder was, oder stärk, was auch immer wir es nennen, da bekommen hat. Also er wusste in dem Moment, das ist nicht seine Mutter. Er ist halt wirklich von A bis Z ein unzuverlässiger Erzähler. Und das wird hier nun wieder deutlich. Und ich fand auch, für seine Verhältnisse war es ja fast schon forsch und keck, wie er seiner Mutter gegenüber tritt. Er geht ja ganz langsam die Treppe runter, setzt sich dann auf die Stufen und er ist ja über ihr. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wir sehen ja auch, wie Martha mit ihm als Kind gespielt hat und irgendwie hatte ich dann auch das Gefühl, dass ihm der Tod von Martha auch irgendwie leid tut. Und das tut ihm mehr weh, als wenn jetzt seine Mutter wirklich gestorben wäre. Aber, und ich reibe wieder voraus, die Mutter schafft es recht schnell, Bo wieder auf den Boden zu bringen. Ja, wir kommen jetzt zu dieser Kernerinnerung, die ja ganz am Anfang vom Therapeuten auch schon angesprochen wurde. Und an der er sich jetzt auch erinnert, dieses, wir sehen ihn in der Badewanne, wie er auf seine Mutter guckt und ein anderes Kind. Und das Kind sagt, wo ist Papa, wo ist Papa, fragt mutig nach, ist vehement. Wo ist, ich will meinen Papa sehen und wird dann für diesen Mut oder diese Stärke bestraft. Wie wird er denn bestraft? Der Dachboden, wie bei Ari Aster, gern mal wird so eine Dachbodenluke genommen. Bei Hereditary war oben dann Toni Collette und hat sich mit einer Geigen, Nein, nicht, oh, oh. Ja, ja, genau, die hat sich ein bisschen abgesägt oder den Kopf kürzer gemacht und wurde auch Paimon beschworen da oben. Und, ja, jetzt wird einfach das Kind oben reingespritzt. Ey, alleine diese Szene, wir sehen das ja alles aus der Sicht von Bo. Also wirklich aus der Ego-Perspektive. Genau, die Kamera ist richtig, die Kamera bewegt sich. Wir sehen, es ist ein Kopf, also es ist nicht eine starre Kamera, sondern wirklich eine Kamera, die sich bewegt, wie sich Augen bewegen würden. Und das ist so auch schön, weil es ist so auch wieder aus der Sicht, aus der subjektiven Sicht, aus eines Kindes diesmal aber erzählt. Gar nicht so sehr aus einem Typen, der Angst hat, sondern einfach aus eines Kindes. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich war vor ein paar Jahren mal seit längerer Zeit in einem Haus, wo ich als Kind öfters war. Und als Kind fand ich das immer gruselig, so einen bestimmten Teil, was ja so dunkel war. Und dann steht man da als mittlerweile fast 40-Jähriger und denkt sich, ja, ist ja nichts, ist ja nicht so wild. Aber als Kind hat man wirklich Angst. Und genau so inszenierte das. Dieser Dachboden, alleine da, wo die Luke ist, das wirkt so verlassen, so abgeschottet, wie so ein Ort, da willst du nicht sein, als ob da keine Regeln gelten. Ja, du wirst eingesperrt und vergessen dort. Genau, also so als ob, sag ich mal, so inszeniert David Lynch Dachböden. Also allein diese, er geht halt aus diesem Bad raus, das Bad sieht doch relativ luxuriös und normal aus. Und plötzlich ist er auf diesem dunklen Flur und zwischen dem Raum mit der Dachlukenklappe, Dachlukenklappe, das ist voll egal. Und der Position von Bo ist auch alles so ein schwarzer Boden, das wirkt auch fast so aus, als wäre es Wasser. Und du wüsstest nicht, wenn du da reintrittst, wie tief ist dieses Wasser. Da sind so ganz viele kleine Facetten der Angst wieder drin. Fand ich famos. Wir haben ja auch vorhin die Theorie, du hast es ja schon angesprochen, dass wir wissen ja nicht, ob es diesen Bruder wirklich gibt oder ob das ein Teil ist von Bo, der da eingesperrt wurde. Ob es sein Mut oder seine Stärke war und erst jetzt in diesem Moment traut er sich seine Mutter darauf anzusprechen auf diese Erinnerung oder diese Erinnerung kommt erst jetzt wieder hoch. Er sagt, Mama, ich erinnere mich, wie er auch immer seine Mutter nennt, ich erinnere mich daran und die Mutter führt ihn dann zum Dachboden. Wobei, wobei, und das ist mit einer der stärksten Szenen des gesamten Films und ich habe ja schon Patti Dupont gelobt, es gibt einen Monolog, der ist so widerlich, aber auch so gut, wenn sie ihm erzählt, dass sie versucht hat, ihn zu leben, dass sie versucht hat, dass sie das letzte bisschen Liebe, was sie für ihn übrig hat, doch aus den Rippen gequetscht hat. Ja, es hat mich so sehr an diesen Monolog erinnert, den Toni Collette in Heretary macht, wo er ihrem Filmsohn auch sagt, ich wollte nie deine Mutter sein, ja, ich wurde quasi dazu gezwungen, dich zu lieben und das ist so etwas, das will man als Kind nicht hören. Ich glaube, das verfolgt einen und boah, das war eine Szene. Das ist so bezeichnet für diese, worum es eigentlich irgendwie geht, so ein bisschen, es geht ja um Angst und Depressionen und wo kommen die denn her, jetzt schließe ich wieder zu Klammern zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das kommt daher, weil diese Mutter ihm so krasse Schuldgefühle eingeredet hat, dass sie quasi jetzt in dem Monolog auch sagt, du bist auch gar nicht liebenswert, sogar ich als deine Mutter musste mich zwingen, dich zu lieben. Dann dieses Ganze, sie hat ihn total abhängig von ihm gemacht, sie hat ihm eingeredet, dass er keinen Sex haben darf, also dass er auch keine anderen Beziehungen jemals eingehen können wird, dass er niemals Kinder haben können wird. Sie macht das ganze Gaslighting, also dass sie ihn manipuliert und so tut, als das, was er sieht und denkt, dass das gar nicht wahr sei, dass man, und das kommt dann wieder zu diesem ganzen Egoismus zurück, was du Max da angesprochen hast, du lernst halt, das, was ich sehe, dem kann ich nicht vertrauen, sondern jemand von außen sagt ja, das ist alles falsch, was ich fühle und denke, also vertraust du dem nicht mehr und lernst dann richtig, alles, was du siehst, ist, du hast gar keine Sicherheit mehr, beziehungsweise du hast diese, diese kranke Sicherheit, die Figur, die dich dann manipuliert, sei dein einziger sicherer Hafen, sozusagen. Und dieses, was die Mutter da macht mit ihm, das hat mich so wütend gemacht, weil das ja echt passiert in der Welt, vielleicht nicht unbedingt, dass... Ja, nee, nee, das passiert ständig. Genau, und dieses, dass du deinen Kindern so absprichst, dass sie sich vertrauen können, oh, das fand ich ganz, ganz schrecklich, dieses Thema von Mutter-Sohn oder Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehung. Und ich dachte die ganze nur, wenn meine Kinder so einen Film über mich machen würden, das ist das Schreckste. Wir haben auch danach darüber geredet, ob sein Ari Asters Mutter noch lebt und sich diesen Film anguckt, die wird ja, das würde, also wenn die echt so war, dann hat sie es verdient. Und wenn sie nicht echt so war, dann, das würde mich zerstören. Also, okay, also Ari Asters Mutter lebt noch und sie ist eine Künstlerin und Poetin. Okay, ich weiß nur, dass sein Vater, sein Vater hat The Strange Things About the Johnsons gesehen und fand ihn gut. Der hat sich dabei auch nichts gedacht. Also, von dem her vielleicht, ich weiß es nicht, ob da, ob der Teil halt eben, inwiefern das autobiografisch ist, ob da tatsächlich so eine Mutterfigur bei ihm in seinem Leben irgendwie war, also sagen wir es mal so, ich hoffe ja, dass er einfach nur eine unglaublich gute Fantasie hat und sich viele Dinge einversetzen kann. Er hat doch mentale Krankheiten, oder? Ja, also. Und die, die kommen ja, also klar, viele sind, manche sind genetisch vererbt, ich bin da jetzt auch kein Profi, aber viel kommt ja auch durch die Beziehung zu Menschen, denen du vertrauen möchtest, weil du von ihnen abhängig bist. Ja, also ich will da, ich kann da jetzt nichts analysieren. Aber wenn das ein Kommentar zu seiner Mutter ist, dann ist er relativ eindeutig. Also, ich glaube tatsächlich, dass Ari Aster wahrscheinlich schon Erfahrung hat mit Depressionen, Angst oder Therapien, weil ich habe sehr viele seiner Sachen gesehen, auch seine meisten Kurzfilme. Und ich glaube nicht, dass... Der auch in Münchhausen zum Beispiel. Genau, oder Turtleneck oder halt der Bow, auf dem das ja alles basiert, oder hier Strange Things About the Johnsons, den man, glaube ich, auch gerade auf YouTube gucken kann. Bow wurde leider von A24, leider von YouTube entfernt, ähm. Aber ich glaube tatsächlich, du drehst solche Filme nicht und diese Art und Weise, wenn du dich nicht wirklich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er es auch ein bisschen mit Humor nimmt. Also, ich glaube, dass er auch ein bisschen dann auch einen Augenzwinkern drin hat, ohne die Sachen jetzt ins Lächerliche zu ziehen. Aber für mich ist das schon jemand, wo ich sehr sicher bin, der hat auf die ein oder andere Art damit seine Erfahrungen gesammelt. Und seien wir mal ehrlich, wir leben ja auch mittlerweile in einer Zeit, wo es kein richtiges Tabu mehr ist, zu sagen, ich habe Depressionen, ich gehe in Therapie oder sonst was. Nee, das nicht. Aber zu sagen, äh, ich habe das, weil meine Eltern mich versaut haben, sozusagen. Ich glaube einfach, dass es ja auch immer so eine Art Klischee ist, ne? Wir kennen das von der bösen Mutter, das ist ja schon spätestens seit Psycho ist es ja so, das alte Klischee, dass Serienkiller am liebsten es machen, weil sie ihre Mutter befohlen hat. Oder weil sie ihrer Mutter schaden wollen oder weil sie sie beeindrucken wollen. Dieses Mama-Issues oder Daddy-Issues ist ja wirklich immer ganz prominent. Und ich glaube einfach, dass es muss nicht zwangsleibig sein, dass Ari Aster auch so Probleme mit seiner Mutter hat. Und seien wir mal ganz ehrlich, so, es hört uns ja eh keiner zu, weil wir haben zwei Stunden hinter uns gebracht, es hört eh keiner mehr zu. Ich glaube, wir alle hatten mal Probleme mit unseren Eltern. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und von daher glaube ich, dass der Ari, der hat ja seinen Kindern, seiner Mutter gesagt, Mama, wenn ich meinen Oscar gewinne, dann kriegst du die nachher. Und hat Mutti gesagt, gut, dann mach, was du willst. Aber sie wusste nicht, was er macht. Genau. Ja, aber ich finde es so schlimm, auch allein, weil, also da und eh keiner mehr zuhört, kann ich ja auch ausholen. Also wenn es um die Kommunikation mit Kindern auch geht, allein dieses Gefühle absprechen, das macht man ja heute auch noch. Also nicht böswillig, wenn man zum Beispiel, wenn jemand weint und man sagt, ach, so schlimm ist doch nicht. Und ist doch alles okay. Anstatt die Gefühle anzuerkennen, die dein Gegenüber hat. Oder dass, wenn jemand traurig ist, auch ein Partner oder ein Mensch und du versuchst gleich, ihm mit irgendwelchen Lösungen zu kommen und sagen, hier mach doch einfach das, anstatt den Menschen mit seinen Gefühlen anzuerkennen. Also vielleicht, weil ich da so krass in der Thematik drin bin, weil ich ja darüber auch schreibe, fand ich das umso schlimmer. Ich meine, die Frau macht es ja extrem und auch böswillig, aber es passiert eben auch nicht extrem und unbewusst, dass man jemand anderen so das Vertrauen in sich selbst wegnimmt. Und auch hier muss man halt wieder die Frage stellen, hat sie es wirklich so gesagt oder ist es einfach nur so, wie es für auf Bo wirkt? Wie gesagt. Ja, aber das ist ja leider, das ist ja immer die Krux. Also wenn du auch sagst, du deine Kinder oder so, das Wichtigste ist, dass du deine Kinder liebst. Nee, das Wichtigste ist, dass deine Kinder sich liebt fühlen. Und das kann großen Unterschied machen. Was total interessant wäre, in zehn Jahren einen neuen Arya-Aster-Film zu sehen, der heißt Mona is Afraid. Und dann sehen wir das mal alles aus ihrer Perspektive. Ja, wir sehen es aus seiner Perspektive, aber ich würde jetzt einfach die Interpretation reinschmeißen, dass die Mutter, also das kommt nicht aus dem Nichts, so Interpretation. Ich glaube, dass da viel auf dieser Kommunikationsschiene irgendwie rumgeritten wird und ich glaube, dass auch viel auf dieser Schiene rumgeritten wird, das früher anders erzogen wurde als jetzt. Und ich glaube, dass wir zum Glück heutzutage ein bisschen weiter sind, was so das Ernstnehmen von Kindern oder Kinderwünschen angeht. Kinderemotionen vor allem, ja. Kinderemotionen, ja. Ja, Kommunikation ist halt einfach echt ein hartes Feld. Ja, klar ist das ein hartes Feld. Warum mir jetzt gerade dieser Film einfällt, aber kennt ihr Tucker in Dale vs. A-Evil? Ja. Da bin ich jetzt aber gespannt. Nein, da geht es ja auch darum, dass das alles nur passiert wegen der Kommunikation. Die College-Kids denken, dass Tucker und Dale zwei Psychopathen sind, die sie umbringen will und die beiden denken, dass das irgendwie so eine Suizidsteckte ist. Weil keiner von diesen Parteien einfach mal klar sagt, übrigens, wir tun euch nichts oder nee, wir wollen nichts oder wir finden euch gruselig, komm mal weil. Das wird ja nie gesagt und das bringt das Ganze so in Gang. Ja, okay, da können wir ja über fast jeden, über ganz viele Hollywood-Filme sprechen, die diesen Trope haben, dass das Hauptproblem einfach nicht angesprochen wird. Genau, wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber das war der Film, der mir jetzt gerade spontan zum Thema Kommunikation eingefallen ist. Das tut mir leid. Das finden wir jetzt eine super Überleitung, weil das ist ja ein Horrorfilm, eine Horrorkomödie und wir müssen jetzt, wir steigen ja eigentlich gerade auf den Dachboden hoch. Und der ist auf dem Dachboden oben, natürlich, boah, hat total Schiss da hochzugehen und da ist tatsächlich die Stelle, wo ich, ich musste weggucken, ich habe es tatsächlich, was da oben passiert, ich habe es, ich finde es richtig scheiße im Nachhinein, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, weil ich weggeguckt habe. Weil die Geräusche, allein der Sound, es war so ein Horrorsound, ich hatte so Schiss, was da gerade passiert. Ganz ehrlich, Harry Esther, aus meiner Sicht, spielt da so mit den Erwartungen und die Auflösung, was du dann siehst, das ist so, weißt du, das ist so ein bisschen, als ob dir jemand wirklich Ewigkeiten einen total poetischen, hochtrabenden Text vorliest. Die Weltformel liegt da oben. Ja, und dann mit der Pointe endet so, oh, das ist eine Haupe Scheiße, dreh dich rein. Ja, oder, oder hier die Theorie, weil es passt ja, ich hatte ja wirklich Angst und wenn wir hier das Thema Angst haben, du hast die ganze Zeit, was Max ja vorhin auch meinte, du hast Angst vor was, wo du gar nicht weißt, ob es passiert und du hast Riesenschiss vor was, ey, Pochalem, vor was ganz Schlimm in dieser Dachboden und dann ist es eben das. Genau, das ist so ein bisschen wie, oh, was ragt dort gegen Himmel, ach ja, das ist mein Pimmel, weil das ist es halt, wir sehen einen, ja, Monsterpenis, einen Monsterpimmel, einen, einen Schwanz, also, und vor allem, auch in der, also, das ist, es ist, es sieht albern aus. Als ob die Muppets einen Penis gemacht hätten. Oh Mann, ich hab den gar nicht gesehen, das ärgert mich so, weil ich so Angst hatte, ich hatte so Angst, dass ich das nicht erleben durfte, passt das nicht zum Film? Zwei Sitzer, große, haarige Eier. Und in der Mitte ein Bibo ohne Federn. Ja, und der hatte dann so, so Insektenarme, die dann, Chiefs. Der hatte Arme? Ja, und ein Penis mit zwei so Insektenstacheln. Aber, in der Prüfationsebene, komm ich später. Aber ein Mann war doch auch da, also, da war doch ein Mensch. Ja, ja, das, der Vater. Das war der Vater oder so ähnlich. Was? Und wie gesagt, meine Theorie ist ja, also, ich, meine Theorie ist ja, dass, ähm, dass die Mutter da nicht seinen Bruder oder seinen Pfahl eingesperrt hat, sondern halt. Oder bloß mutige Seite. Genau, wenn man so, so seine, genau, seine Eigenständigkeit, so seine Eigenständigkeit selbst zu entscheiden, auch mal, auch mal, also, couragiert zu sein. Nicht couragiert von wegen, ich gehe jetzt in den Krieg, sondern einfach zu sagen, nee, ich finde das gerade scheiße, bitte lass das, ja. Ähm, und dann kommt halt Chiefs wieder, wo wir eigentlich dachten, dass er sich mit 12.000 Schüssen selbst umgebracht hat, aus Versehen. Aber nein, der scheint noch zu leben und greift halt diesen Penis an, indem er ihm irgendwie mehrfach in den Hodensack sticht. Ähm, by the way, auch dieser Penis hat ziemlich dicke Eier. Ja. Und dann wird Chiefs halt einfach von diesem Penis. Und er ist beschnitten. Ja, man muss, man muss auch sagen, dass der Penis, wenn der auf ihn eingestochen wird, auch so dieses Gesicht dann so. Oh, oh. Oh, Mann. Und dann. Ich würde es auch gesehen haben. Und dann stötet er die Chiefs, nehmt er mit seiner Insektenhand oder klaut ihm so den Kopf ein, 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 einsticht und einbohrt. Und ich habe das irgendwie so interpretiert. Bo hat wirklich viele Ängste und manchmal kämpfen die miteinander. Aber letztlich gewinnt immer der Penis, die männliche Überangst, wenn man so will. Und was ich glaube ist, jetzt kommt mein Interpretationsspielraum, der jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend ist. Aber ich glaube, hier wird in dem Film gesagt, die Mutter hat ihm praktisch jegliche Männlichkeit genommen. Männlichkeit aber jetzt in dem Sinn, wie sie praktisch traditionell, also von einem jetzt, sage ich mal, End-40-Jährigen interpretiert wird. Nicht diese neue Männlichkeit, die jetzt mehr oder weniger halt auch nicht mehr toxisch ist oder nicht mehr toxisch sein soll, weil man als Mann jetzt auch Gefühle haben darf. Nein, es ist diese, äh, diese Männlichkeit, das heißt, ein Mann muss zu seinen Taten stehen und muss das und muss Entscheidungen treffen und dies und das. Das ist alles oben im Dachboden und deswegen ist Bo so, wie er ist. Ja, und es wurde einfach eingesperrt, dass er Sex haben darf. Ja, das, wie gesagt, das wurde so, also sie hat es schon sehr perfide, äh, eingefädelt, dass Bo halt jetzt so ist, wie er ist, ne? Aber ganz ehrlich, äh, um mal ein bisschen, äh, ein bisschen privater hier zu sein, weil wir haben jetzt schon wieder über zwei Stunden. Erzähl uns von deinem Penis, ist okay. Mein Penis ist groß und epochal. Nein. Hat auch Insektenärmchen. Ich bin ja, ich bin ja auch ohne Vater groß, 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 das habe ich dir im Vertrauen erzählt, Stogger, das ist gemein. Ich schicke dir nie wieder Dickpics, so verdammt. Oh Gott, bitte. Ich habe mein, nein, wir weißen, dass mein Penis ein kleines. Das Internet vergisst nie. Du möchtest gerade hier eine, ein, was sehr emotionales. Ich wollte nur mitteilen, dass ich meinem Penis manchmal ein kleines Seckenkostüm anziehe, so was wie eine Piene oder so, ja, genau. Nein, ich bin ja auch groß geworden ohne einen, einen Vater, so. Und ich weiß noch, dass es bei mir auch in der Kindheit immer wieder Situationen gab und ich bin halt einfach ein bisschen älter, also, ne, da war es doch schon durchaus angesehen und auch in Anführungszeichen wichtig, ein männliches Vorbild zu haben, was ich halt nicht hatte, dass es da auch immer wieder Situationen gab, die mich auch als Kind überfordert haben. Einfach, weil das der Vater halt gemacht hat und nicht die Mutter. Und irgendwie kann ich schon nach, nee, nachvollziehen kann ich das nicht, was da oben auf dem Dachboden passiert, dass ich, Mutter, wenn du das hörst, guck dir nie diesen Film an und wenn du ihn jemals gucken solltest, du bist da nicht gemeint. Dankeschön. Aber ich kann das schon in der Hinsicht irgendwie so nachvollziehen, was er damit vielleicht meint, weil ich kenne dieses Gefühl, in einer Gruppe von Männern oder Jungs derjenige zu sein, der sich irgendwie am unmännlichsten fühlt, weil ich auch nie verstanden habe, was daran schlimm sein soll. Ja, aber es ist auch faszinierend, dass nur der Mann, der Vater diesen männlichen Teil weitergeben kann. Naja, es wird zumindest immer irgendwie behauptet, also keine Ahnung. Also was wirklich wahr ist, ich kann mich bis heute nicht richtig rasieren. Das muss ich sagen, das ist der Punkt. Na gut, das hätte ich auch von meinem Vater auch nicht gelernt. Ja, eben, also da würde ich ja auch sagen, ich konnte mir nie einen Tampon einführen und ich hatte eine Mutter. Also es gibt einfach Dinge, die sind, die… Tampon einführen kann ich einfach, das ist einfach. Das ist easy. Easy. Jetzt kann ich es auch. Okay, wir springen mal wieder zum Film zurück. Wir haben den Riesenpenis. Ähm, der Jeeves und Penis haben sich gerade gegenseitig umgebracht, richtig? Ich glaube, der Penis lebt noch, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine nämlich, der Penis lebt… Oh, flüchtet, bevor es praktisch zum Ergebnis kommt. Übrigens, wie Jeeves stirbt, war für mich eine Referenz an den Tod von Patrick Muldoon in Starship Troopers. Das war ja noch eben erwähnt. Dankeschön. Ja, für mich eigentlich tatsächlich, der Penis, der hat auch so Starship Troopers. Ja, es ist Starship Troopers. Der Brain Bug. Ja, ich habe dann erst wieder hingeguckt, als wir wieder unten waren. Okay, ja, Bo ist dann wieder unten. Den wichtigsten Teil des Films verpasst. Genau, Bo ist wieder unten und dann passiert es. Ich weiß nicht mehr, was die sagen. Jetzt kommt dieser James-Bond-Villain-Reveal. Und, was war der nochmal? Ich glaube, dass der Therapeut jetzt kommt. Oh, das war so schlimm. Das tat mir in der Seele weh. Aber kam der vielleicht vorher? Nee, der kam vorher schon. Nee, der kam vorher. Der war praktisch… Und dann hat sie ihm den Dachboden gezeigt. Ist egal. Die Chronologie ist wurscht. Ja, es ist auf jeden Fall, der Therapeut stellt sich heraus, er hat die ganze Zeit für die Mutter gearbeitet, hat er die ganze Zeit alle Sessions aufgenommen und weitergeleitet. Der grinst auch die ganze Zeit. Also ich habe Harry Dattery nicht gesehen, aber ich habe gehört, am Ende wird auch gegrinst. Ja. Und so stelle ich mir das vor, dass die da die ganze Zeit so stehen und so grinsen wie der Therapeut da grinst. Was halt wirklich hart ist, der Therapeut am Anfang wirkt ja wirklich nett. Okay, du hast die Situation, wo er einfach schreibt schuldig und das macht ja auch irgendwie jetzt Sinn, weil er quasi, also er schreibt halt schuldig auf und lächelt dabei. So nach dem Motto, okay, ich kann es dir wieder sagen. Ich kann der Frau wieder sagen, ihr Sohn ist schuldig. Aber gleichzeitig hat er auch, zumindest für mich, so eine Ausstrahlung gehabt, dass ich ihm, er wirkte wie eine vertrauenswürdige Person, wie eine nette Person. Und jetzt hockt er da und das Geile ist, von seiner reinen Füße, von der ganzen Ausstrahlung, das ist die gleiche wie am Anfang. Aber jetzt wirkt es total perfide, total widerlich und wie der größte Arsch im Universum. Ja. Das war der Cast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, dann ist Abspann. Der Therapeut ist der Gärtner und er ist der Gärtner. Also wir erfahren halt eben, dass der Therapeut alle Sitzungen aufgezeichnet hat und der Mutter übergeben hat, die dann auch großzügig aus diesen Therapiesitzungen zitiert, dann auch mal den Therapeuten fragt, wann war nochmal das eine Mal, als er das nass gesagt hat, der Therapeute am 8. Oktober 2018 oder so ähnlich. Was auch wieder sehr offensiv für mich zur Schau stellt, das ist vielleicht doch nicht so, vielleicht in der Realität ist es vielleicht wirklich so, dass das einfach so ein Therapiegespräch ist mit Mutter und Sohn. Kann ja auch sein. Bo nicht mehr afraid, sondern jetzt ist er alone. Und weil er seine Mutter so gern hat, erwürgt er sie. Es reicht Bo. Aber er zieht es nicht durch. Er hat jetzt seine Männlichkeit, die wurde jetzt befreit. Jetzt darf er ja wie ein Mann so ist, aggressiv sein. Ja. Oder er hat seinen Mut zurück. Wir können das jetzt deuten, wie wir wollen. Er darf für sich einstehen, sagen wir mal so. Er wirkt seine Mutter. Ja. Er wirkt sie, hält sich aber im letzten Moment, er hält sich noch zurück. Also er wirkt sie nicht, bis er tot ist. Das würde ich sogar so bewerten, dass er immer noch eine, ich nenne es mal, emotionale Intelligenz hat. Er weiß einfach, dass er es nicht weiter, es geht nicht. Also du kannst niemanden töten. Also ist jetzt, weil für mich wäre, das ist ja so dieses Sinnbild von Männlichkeit, wie wir es auch in ganz vielen Filmen sehen, so wenn der einsame Rächer da mal ordentlich aufräumt, aber er nicht. Er wirkt sie und auch recht lange und es ist auch keine schöne Szene und, aber dann wird ihm auch irgendwie klar, was er gerade macht. Und man kann natürlich sagen, dass er dann plötzlich von der Macht seiner Mutter wieder übermannt wird oder aber, so habe ich es gesehen, dass er selbst erkennt, das geht zu weit. Aber seine Mutter stolpert dann, fällt in ein Terrarium, ist da vielleicht die Spinne, ist sie die Spinne im Terrarium? Keine Ahnung, das ist ein Callback zu der Spinne und ist dann tot. Ja, und dann finde ich eine der schönsten Szenen ist, dann sieht man das Haus von außen und ein, also der Schock oder der Schock ist halt in Joaquin Phoenixens Gesicht eingefräst, während er auf die Kamera zuläuft. Also, wie er da so auf die Kamera zustackst und dann zu diesem Boot hinläuft. Warum ist da eigentlich ein Boot? Ja, weil es ja an einem See liegt. Ja, diese Szene, die jetzt kommt, war auch wieder so schön, er fährt halt mit dem Boot nach draußen und der Film sieht das so als sehr energische Szene, da ist viel Energie drin. Und dann ist er auf dem See und der Motor geht, glaube ich, aus und dann ist es halt, es ist Nacht auf dem See und er kommt zur Ruhe. Und das war, glaube ich, das erste Mal im gesamten Film, wo ich das Gefühl habe, er kommt so zum Durchatmen. Und ich hatte meine Uhr, also mein Handy nicht an, das heißt, ich wusste nicht, wie spät es ist, ich wusste auch gar nicht, wo ich im Film bin, weil er geht ja drei Stunden und ich hatte nicht das Gefühl, dass er langatmig ist, ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Ich war so verloren in diesem Film. Wenn der Film noch eine Stunde lang gewesen wäre, hätte es mich nicht verwundert, deswegen tauchte in meinem Kopf die Frage auf, ist es jetzt vielleicht das Ende? Weil es hatte so was, was Beruhigendes, so ein Moment, wo man einfach die Figur jetzt, sag ich mal, ziehen lassen könnte. So, ne? Aber nein, fuck him. Es kommt noch was. Und das war für mich wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, das ist die Szene, wo ich sage, Bo gibt auf, du hast es bei uns in der Gruppe geschrieben, Max, Bo resigniert und ergibt sich seinem Selbstmitleid, seiner Schuld, seinem Schicksal. Es gibt ja noch, ja, Entschuldigung, bitte, du. Ja, also ich fand tatsächlich, bei der Szene habe ich kurz gedacht, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, also sie ist ein bisschen, er will jetzt zu viel erklären, also alles, was die Szene zeigt, haben wir eigentlich davor auch schon gewusst, sozusagen. Das war alles, wir kommen ja gleich noch drauf zu sprechen, aber das war mir ein Ticken zu, ich will jetzt nochmal erklären, um was es hier geht. Ja, also es ist natürlich wichtig, dass wir vorher kurz dachten, er sei jetzt befreit oder was auch immer, um das eben nicht, also diese Hoffnungslosigkeit, klar, dafür ist es gut, aber das war mir so, ja, ich habe es schon verstanden, das hättest du mir jetzt nicht auch noch zeigen müssen, habe ich ein bisschen gedacht tatsächlich in der Szene. Kann ich nachvollziehen, aber dafür fand ich sie einfach zu gut gemacht. Die ist zu stark, dass man sie rausschneidet. Du hast halt diese Ruhe und gerade in dem Moment, wo ich mich fast schon an diese Ruhe gewöhnt habe, es war so ein bisschen wie bei diesem Theaterstück, wenn ihr dieses Theaterstück, sag ich mal, vorgelesen wird, wo du auch, oder zumindest ich, in so einen ruhigen Trott komme, so dieses so durchatmen, zur Ruhe kommen, zu sich kommen, so ein bisschen reflektieren, ja, gerade mal nicht irgendwie das Schlimmste erwarten und durch die Hölle gehen, sondern einfach jetzt mal hier und jetzt sein. Stillstand, kommt dieses Boom und plötzlich sind wir nicht mehr auf dem See, sondern in einer Halle, wo in der Mitte so ein riesiger Pool ist, so ein bisschen wie Truman Show und eine Mischung aus Truman Show und Colosseum, weil plötzlich um ihn herum halt Leute überall sitzen und zugucken und dann, also wird, es war für mich eine Mischung aus American Gladiator und Gerichtsverhandlung. Das ist so eine, das ist eine, ja, eine altrömische Gerichtsverhandlung, würde ich sagen. Im Colosseum hast du ja auf den zwei Enden, also auf der einen Seite ist seine Mutter, die dann doch nicht tot ist mit ihrem Anwalt. Gespielt von Richard Kind, sehr, sehr toll. Und auf der anderen Seite ist, äh, dann sein Anwalt, der aber mehr oder weniger überhaupt nicht wirklich gezeigt wird, sozusagen. Doch, einmal und zwar, weil ich da dachte, das ist irgendwie sein Midsommerevent, weil er halt dann auch auf so einem Stein wie zerschillt. Keine Ahnung. Achso, ich hab tatsächlich kurz gedacht, dass das das Penismonster nochmal ist, aber ich hab's ja auch nicht richtig, ich hab ja nicht gesehen, dass es stirbt. Also es war für mich dann so. Hättest du beim Dachbohr mal die Augen aufgelassen, Freunde. Nein. Okay, also wir sind jetzt in dieser Gerichtsverhandlung und da geht's eigentlich nur darum, dass die Mutter jetzt beweisen möchte, dass er, was für ein schlechter Sohn er ist. Also wieder dieses Gaslighten und sich von selbst, von sich selbst jede, ähm, jede Verantwortung wegweisen, weil die Szenen, die sind so bescheuert, also die sind überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht, die sind so banal. Also es sind so, wo du denkst, ja okay, man müsste nur, der andere Anwalt von Bo müsste nur diesen ganzen Film zeigen und es wäre schon klar, was sie, oder nur sagen, dass sie gelogen hätte, dass der Vater tot ist. Also das ist, also das ist, es sind Szenen, wie sie zeigt, ähm, dass der, dass Bo als Kind seinen Freunden ihre, äh, gebrauchte Unterwäsche gezeigt hat. Klar, okay, es ist jetzt nicht geil, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man deswegen eine, eine Psyche zerstören sollte. Und vor allem wird ja auch, sagt er ja auch, sie haben ihn dazu gezwungen und das glaube ich sofort, dass da, wenn da irgendwie, äh, dominante Jungs irgendwie sagen, du, du, Bo, du bist ja reich, komm mal, zeig mal, was hast du da? Und dann so, oh, zeig mal die Unterwäsche, Mutter, der würde das tun. Was ich auch krass fand, weil, das habe ich als Kind auch mal gemacht, ist, wo eben gesagt wird, und einmal hat er sich beim Einkaufen versteckt und hat zugeguckt, wie seine Mutter gelitten hat, als sie nach ihm gesucht hat. Und das machen ja kleine Kinder. Ich habe nach der Vorführung mit ein paar Leuten geredet und meinte dann so, das habe ich auch mal gemacht. Und, äh, die, die meisten meinten so, ja, sowas ähnliches habe ich als Kind auch gemacht. Irgend so ein Scheiß, ja, das ist typische Kinderkrab. Und vor allem, er war halt ein Kind. Ja, und in dem Moment sagt ja auch sein Anwalt, als er dann gesehen hat, dass seine Mutter wirklich Angst hat, hat er sich nicht mehr getraut, sich zu zeigen, weil er dann ja weiß, dass er Ärger kriegt dafür, dass es wirklich ernst ist. Und das ist ja auch aus Kindersicht total nachvollziehbar. Und dann ist ja noch so übertrieben, und dann ist er schuld, dass die Mutter sich das Bein gebrochen hat, weil sie dann ausgerutscht ist. Okay, und die Mutter ist ja so, also die Mutter in dem, in der Gegenwart jetzt wieder, ist ja so angespannt, sie hält sich ja an der Reling fest, so fest, dass die Reling sogar nach unten ins Wasser bricht. Und der Anwalt von Bo, der eben sagt, ja, okay, er hatte Angst, der also wirklich das sagt, was das Kind wirklich, der für das Kind steht, der stürzt ja dann direkt ins Wasser und ist tot. Also selbst diese Seite von Bo wird überhaupt nicht mehr, er hat gar niemanden mehr, der für ihn spricht. Ja, und dann kommt, was kommen muss. Wobei ich erst mal dachte, dass er im Boot verbrennt. Ja, also das Boot explodiert, würde ich sagen, aber jetzt nicht in der Feuersbrunst, es macht mir so Puff, wie ein großer Luftballon, so kam es mir vor. Und ich wusste, ich habe es schon mal gesagt, ich wusste nicht, wo ich bei dem Film zeitlich bin. Und ich dachte irgendwie, okay, was passiert jetzt? Und dann gibt es das, was der Film ganz oft macht, nämlich er lässt sich wirklich Zeit. Und gefühlt eine Minute lang siehst du wirklich nur dieses Boot in dieser Mitte, auf diesem Teich inmitten dieser Arena. Und dann fängt der Abspann an, aber nicht, dass das Bild schwarz wird, das Bild bleibt. Die ganze Schrift wird über dieses Bild gelegt und zwar wirklich bis zum bitteren Ende. Und ich saß da, wirklich, ich glaube, sechs Seeminuten, Seeminuten dieses Bild. Es passiert nichts, außer, dass wir, glaube ich, im Hintergrund sehen, dass sich die Arena langsam nähert. Und ansonsten war es das. Und irgendwie, also, ich fand es in der Hinsicht befriedigend, weil ich wusste, okay, es ist jetzt wirklich dieser finale Moment der Stille, weil ich davor ja nie wusste, was kommt als nächstes. Und jetzt war klar, okay, es kommt nichts mehr. Außer natürlich, die wollen ein Bow Cinematic Universe aufbauen, aber davon bin ich jetzt immer nicht ausgegangen. Und es war... Bowman. Ja, Bowman, ja. Und ich fand es wirklich schön. Ich hatte das erste Mal in diesen drei Stunden, die ich fümminant fand, aber das erste Mal in diesen drei Stunden dieses, so ein befreiendes Gefühl in der Brust, dieses so, es ist vorbei. Ich kann jetzt wirklich durchatmen, ohne Angst zu haben zu müssen, jetzt gleich in die nächste Psycho-Falle nächstes Mal zu geraten. Und so gesehen war dieses Ende, auch wenn es vielleicht keine klaren Antworten findet, aber es findet einen sehr, wie ich finde, klaren Schluss. Und das war etwas sehr Befreiendes und was sehr Befriedlingendes. Und ich bin danach, und das hatte ich wirklich seit langem nicht mehr, der Film war komplett aus. Die Leinwand ging zu, das komplette Saarlicht ging an und ich saß da nur noch so eine Minute so für mich und dachte mir so, fuck. Ich muss meine Mutter anrufen. Das auch, das auch. Aber ich dachte mir vor allem so, was war das? Ich wusste, zwei Sachen gingen mir in meinem Kopf durch, drei Sachen. Ich muss meine Mutter anrufen. Was war das? Und Gott, war das geil. Ich schätze mal so ähnlich, würde ich meine Erlebnisse tatsächlich dann auch noch beschreiben. Also, das ist so ein Moment kompletter Ruhe irgendwie gewesen. Und ja, ich finde, das sagt auch einiges über den Film aus, weil... Weiß nicht, wie, 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 also, ich meine, oft ist es so, du gehst dir raus und dann fängt das Gehirn gleich zum Rattern an. Und das war in dem Fall eigentlich nicht so. Ich finde, der Film hat dir unterbewusst immer das, am Ende das Gefühl gegeben, okay, jetzt hast du ihn praktisch, ich will nicht sagen verstanden, aber du hast jetzt ein rundes Ende bekommen. Und das passt schon so, es ist jetzt kein Happy End, aber du bist irgendwie zufrieden gewesen. Vielleicht ist es im Prinzip genau das, was Florence Pugh in Midsommar vorher schon erlebt hat, so diesen Ruhemoment, während sie auf das brennende Haus glotzt. Also, ihr deutet das so, dass, ja, egal, also, es war einfach dieses, nach diesem ganzen, diesem Kraftakt, diesen schlimmen Dingen, die passieren, ist jetzt endlich Ruhe. Also, und wahrscheinlich, ja, er ist ja gestorben, also, dass er, wie auch immer er dann... Ja, also, für mich war irgendwie klar, dass er nicht wirklich tot ist, aber dass er halt einfach aufgegeben hat. Also, es gibt keine Rückkehr mehr für Bo, so ist meine Sicht darauf. Der hat aufgegeben, der wird für immer in Selbstzweifeln, in Schuldgefühlen sich wiederfinden, das war's für mich. Man kann natürlich sagen, okay, es ist der, vielleicht ist Bo der Typ, der am Anfang am Hochhaus steht und springt. Und vielleicht sind es, es ist seine Gedankenwelt, nenne ich's mal, die da unten steht, mit dem Handy gezückt und sagt, spring, 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 spring. Ja, vielleicht ist das explodierende Boot am Ende einfach nur ein Sinnbild für seinen Suizid. Ich bin mir dann noch unsicher und ich werde mir auch nie sicher sein. Ich weiß halt nur, für mich, es war sehr schön, einfach zu wissen, es ist jetzt vorbei, nicht, weil es schrecklich war, dieser Film, ganz im Gegenteil, aber einfach zu wissen, ich kann jetzt wirklich meine Gedanken sammeln, die sich in 179 Minuten jetzt angesammelt haben. Ich kann jetzt anfangen, ein bisschen zu kehren in meinen Synapsen und zu schauen, was war das, was ich gerade gesehen und vor allem, was ich erlebt habe. Und das ist eben eine der großen Stärken des Films, das ist halt kein Film, den man sich ansieht, das ist kein Film, den man konsumieren kann, den muss man halt, glaube ich, wirklich erleben. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich hab da gerade keinen Bock drauf oder ich find da keinen Zugang zu. Aber es ist mal wieder ein Film, der etwas bewirkt und wir haben das bei uns in der Vorgespräche ja schon festgestellt. Also wo wir das hier aufnehmen, dürfen wir den Film noch nicht offiziell bewerten, aber natürlich haben es schon viele gemacht. Und es ist sehr deutlich zu sehen, das ist irgendwie zwischen, ist es der letzte Rotz, nur noch die Alternative gibt, es ist ein Meisterwerk. Und ich gehe sehr stark davon aus, das wird auch so bleiben. Der wird im Großen und Ganzen zwei Ausschläge haben bei diesem Wertungsspektrum, einmal ganz oben und einmal ganz unten. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, wobei ich eine Sache nicht nachvollziehen können werde, das ist, ich meine, man wird ja als Kinobesucher in, ja, auch größtenteils wissen, in welchen Filmen das man eingeht, hoffe ich zumindest. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich den mit meinen Freunden und Freundinnen dann irgendwie anschaue. Und dann werde ich bloß in deren Gesichter klotzen. Ganz ehrlich, ich habe Schiss davor, den nochmal zu gucken, weil, also zum einen, da muss ich mir, glaube ich, wirklich aussuchen, wo ich den gucke. Weil, der wird vielleicht wegen dem großen Namen Hurricane Phoenix ein paar Kinos laufen, wo, es klingt jetzt fies, aber einfach ein Klientel reingeht, was vielleicht nicht, ob diese Filme, nicht solche Filme kennt oder nicht geeicht ist. So die Marke Blockbuster-Tempel. Und zum anderen, auch wenn ich es, glaube ich, echt geil fände, diesen Film mit Leuten zu gucken, die ich mag, um danach mit denen über diesen Film zu reden, ich hätte zu viel Schiss. Weil, ganz ehrlich, wenn du mit diesem Film nichts anfangen kannst, werden das, glaube ich, echt bestialisch grausame drei Stunden für dich. Ja, gut, aber ich genieße das Leid. Und damit hätten wir auch geklärt, wer von uns dreien der Sadist in der Runde ist. Ja, aber es stimmt schon, wenn, wenn der verkauft wird mit Joaquin Phoenix und dann eben auch von Ari Aster, der ja mit Heroditary und Midsommar, vor allem mit Midsommar wahrscheinlich, ähm, was heißt vor allem mit Midsommar, Horrorfilme gemacht hat, die auch eine breite Masse angesprochen haben, die dann denken, ja geil, jetzt gucke ich mir die nächste Horror- oder Horror-Komödie an. Und dann, ja, das wird schon, könnte schon schwierig werden, aber die gehen dann hoffentlich einfach raus, anstatt, also wer das bis zum Ende sich antut, der, ja, entweder, der hat es auch verdient, der schlechte, der darf auch eine schlechte Rezension geben, weil er es eben ausgehalten hat. Ja, oder habe ich vergessen, genau. Man darf dem Film keine schlechte Rezension geben, weil er einfach viel zu gut gemacht und viel zu durchdacht ist und ich glaube, man würde sich dann, man kann sagen, okay, das Thema ist mir zu verspult oder verkopft dargestellt oder sowas. Also an, also an, an all dem, ich meine, das fällt alles so in, 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 in die Schublade Geschmack. Aber alles, was über Geschmack drüber geht, da, da, also, das ist dann schon eine böswillige Wertung, wenn es negativ ist. Also objektiv gesehen ist der Film super gemacht, gerade wenn man bedenkt, das ist jetzt, ich glaube ich, das ist schon eine der High-End-Produktionen von A24, ich glaube, dass der im Budgetbereich, glaube ich, noch teurer war als, genau, Apple Think Everywhere All At Once. Ähm, aber 35 Millionen klingt für uns jetzt viel, weil wir nicht so viel Geld, äh, auf der hohen Kante haben, außer natürlich die Schlöger, weil die ist natürlich reich und berühmt. Klar. Also, die haben da, also, die haben da wirklich, da wirklich viel rausgeholt und vor allem, der Film hat halt wirklich eine ästhetische Eigenheit. Der fühlt sich halt nicht an wie ein Rip-Off und sieht auch nicht so aus, der fühlt sich wirklich von A bis Z eigen an. Und das ist heutzutage auch wirklich verdammt viel wert. Nee, ich denke mir, ich denke mir, eine, die, also eine Sache, die ich mir danach, äh, als Frage gestellt habe, ist, natürlich ist der Film ja auch jetzt irgendwo eine, also du kriegst jetzt wieder einen neuen Filmemacher praktisch aufs, aufs Brot geschmiert, finde ich. Er hat zwar vorher seine Filme gemacht, war aber dann immer nur so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Geheimtipp und ich finde, dass, dass das jetzt schon eher so ein Monumentalwerk ist. Aber auch nischig. Ja, natürlich nischig, aber David Lynch ist ja auch nischig auf eine gewisse Art und Weise, aber ist trotzdem, also, sagen wir es mal so, ich glaube, dass das ein Film für die Filmhochschulen ist. Definitiv, definitiv. Es ist halt auch wirklich komplett verkopft, aber auch gleichzeitig mit einer sehr großen Leidenschaft und ich habe auch das Gefühl, jede einzelne Einstellung, da steckt was hinter. Da hat sich der Mann auch was bei gedacht und nicht nur einfach, das sieht gerade gut aus, lass uns das so machen, nee, da steckt mehr hinter. Das dachte ich auch bei am Anfang, bei den ganzen Graffitis, die ja, und man sieht ja in dem Making-of, dass die wirklich dahin gemalt werden, also, dass ich bei jedem einzelnen Wort und Bild, was gedacht wurde, was steht jetzt da. Ja. Da bin ich schon, das würde ich gerne mal in einem Stillframe sehen, was da alles steht. Also, die großen Sachen konnte man ja lesen, die waren ja einfach nur umgedrehte Sachen wie, keine Ahnung, Kill the Children oder Take Drugs, sowas in die Richtung. Aber die kleinen Sachen, das wird sehr spannend. Vor allem sind da auch viele Penisse dabei. Er ist ja später auch in seiner Wohnung, ist er auch, ja, Penisse. Penisse ziehen sich wirklich wie ein Schwanz durch diesen Film, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Egal. Aber das ist du, da können wir eine super Überleitung machen. An dieser Aussage merken wir, du bist müde, das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, weil wir jetzt schon seit zweieinhalb Stunden über Bo is Afraid reden und vielleicht auch, da wir ja sowieso am Schluss des Films angekommen sind und mittendrin unsere Interpretation einfach reingehauen haben, dass wir jetzt auch langsam zum Schluss kommen können, oder? Genau, liebe, liebe Joschi, liebe Schocker. Also, ich habe einen Haken bei Anmoderation gehabt. Ich mache jetzt einen Haken bei Interpretation. Und jetzt kommt die Abmoderation, die hoffentlich ähnlich kurz ausfällt wie die Anmoderation. Meine Lieben, wer auch immer es bis hierhin geschafft hat, cool, freut mich. Die Pinnnummer ist drei, neun, sieben, elf. Nein, also, mir ist bewusst, dass das nur sehr, sehr, sehr wenige wahrscheinlich bis zum Ende gehört haben, das zu Recht, aber ich will ehrlich sagen, ich brauche das, oder ich brauchte das nach diesem Film einfach. Also, tatsächlich, ja. Deswegen will ich auch ehrlich sagen, das ist kein Podcast, den wir für euch gemacht haben, sondern den haben wir wirklich nur für uns gemacht und es war mir eine große Freude. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel Neues entdeckt und erfahren über diesen Film und ich wollte nach der Erstsichtung eigentlich sagen, nee, ich gucke mir den nicht nochmal im Kino an. Das hat sich jetzt geändert. Ich freue mich auf den 11. Mai, dann ist dieser Podcast vermutlich gerade erst online, weil ansonsten würde es keinen Sinn machen. Wenn ihr diesen Film nicht gesehen habt und trotzdem entweder hier hingespult habt oder wirklich, warum auch, vielleicht seid ihr eingeschlafen, ich weiß es nicht, dann, Leute, guckt euch ihn an. Selbst wenn ihr jetzt wisst, was passiert, glaubt mir, es ist das eine, darüber zu reden, es ist das andere, es zu sehen und es zu erfahren. Und deswegen guckt euch diesen Film unbedingt an. Ich gebe euch nicht die Garantie, dass euch gefallen wird, aber eins kann ich euch sagen, er wird euch nicht egal sein, auf die einen oder die andere Art. Ja, und natürlich. Achso, nö, ich wollte hier. Bitte, nein, bitte. Ja, ja, also falls irgendwie so, natürlich eure Interpretationsmöglichkeiten, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, gut. Kommentar ist ein gutes Stichwort. Ihr findet den Tele-Stammtisch im Internet, wo es alles gibt, aber eben auch den Tele-Stammtisch unter www.tele-Stammtisch.de. Da findet ihr all unsere Podcasts, auch die ganzen Comicsachen, die wir haben. Da könnt ihr auch kommentieren und ihr bekommt ein paar Infos zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Außerdem sind wir bei Spotify, bei Facebook, bei Instagram. Bitte denkt auch, ihr könnt uns bei Spotify und auch bei Apple Podcasts bewerten. Da würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Warum? Weil sonst das Penis-Monster kommt und euch umbringt. Genau. Und damit wäre ich durch. Noch einmal vielen Dank für eure Zeit da draußen. Vielen Dank an meine beiden Mitstreiter, die hier tapfer ausgehalten haben. Wir haben mittlerweile K-Samstag, halb eins nachts. Wir müssen ins Bett. Adieu da draußen. Der Max sagt jetzt Tschüss und dann sagt die Schlogger noch, wo man sich finden kann und sagt dann auch noch Tschüss und damit wären wir durch. Und wir haben es unter drei Stunden geschafft. Schacker. Tschüss. Naja, ich wollte jetzt eigentlich noch eineinhalb Stunden ASMR machen. Da verschone ich euch lieber damit. Deswegen übergebe ich an die liebe Schlogger. Johanna, du darfst. Ich darf am Ende noch ein bisschen Werbung raushauen, weil wir ja sicher alle, wir haben ja schon darüber gesprochen, ihr habt alle bis hierher gehört. Schlogger ist der Künstlername. Ihr könnt meine Comics auf schlogger.de lesen oder auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram unter the, englischer Artikel, theschlogger, da alles umsonst lesen. Da geht es auch ganz viel über Kommunikation mit Kindern und was man da dann bedenken können kann. Ich wünsche euch allen eine oder wir wünschen euch einen Laternenpfahl, den ihr umarmen könnt, wenn es euch nicht gut geht. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.